einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück bei das wappen so wir sind in uta sind letztes mal gardist geworden heute werden wir die vorzüge des gardisten daseins auskosten hoffe ich und ja was machen wir jetzt was machen wir jetzt das ist die große preisfrage ich glaube wir hatten ein schlüssel gestohlen schon wieder eine woche her ja und hallo leute schön dass ihr am start seid hoffe euch geht's gut und der will was von mir der will mich ansprechen ja was gibt's ich habe endlich den auftrag für lord gerlach abgeschlossen das heißt wenn du noch interesse an neuen rezeptoren hast werde ich sie nicht lehren unterrichte mich in der kunst der alchemie was genau willst du bist ja gut das würde ich erstmal nicht wissen so wir hatten fast 60 stärke dafür brauchen noch elf die sind alle gewagt edel ist einfach die hedel die nehmen wir mal mit hey du in das spiel nehmen wir auch mit lernpunkt hat man nicht mehr leider mein mann sieht das anders so werden her gewagt in das spiel mich brauchst du das nicht zu fragen wir müssen mal hier nachts gucken ob wir hier rein können das ist wirklich nicht mein problem einige probleme erledigen sich von selbst das hätte er auch selbst wissen können das ist auch einfach von selbst ist er nicht darauf gekommen ricos ricos ist mir auch zugewagt wirklich das ist doch alles nur gerede gibt es noch etwas zu tun immer wieder das gleich nein derzeit scheint alles ruhig das ist wirklich nicht mein problem hey so was ist mit dir was ist wenn ich jetzt hier reingehe das wird doch keiner wissen doch er hat auf die falschen leute gehört ich will das wissen das ist aber ein blutgelch oh ein meisterdegen flammenzunge nice oh ja das gefällt mir doch ist doch wahr und hallo taubsee hallo auch an alle anderen ach du scheiße was ist das für eine thronkombination wie viele dietrich haben wir holy shit wo sind meine dietriche dietrich dietrich 13 stück 13 stück also ich bezweifle dass ich das mit 13 stück hinkriege bei dieser länge der kombination ich glaube das machen wir irgendwann später das ist auch besser so dass du dich da nicht an mischt random bürger mich brauchst du das nicht zu fragen ich habe für so etwas keine zeit hier ich habe den blutgelch den du wolltest sehr gut zeig mal her sieh dir das an wie er funkelt im licht ein jammer dass ich ihn weggeben muss das war gute arbeit sobald ich gold dafür bekommen habe sage ich dir bescheid wieso kommt jetzt diese epische musik für den dialog ja und hallo leute so was ist jetzt eigentlich unsere unsere hauptaufgabe muss ich vielleicht mal zum pass laufen ach ne ich sollte mich glaube ich am tor melden ne oder irgendwo sollte ich mich melden war das nicht am tor ja epische quest abgegeben da kann auch schon mal eine krasse sie kommen wo ist denn dieser tübi ich glaube ich gehe mal pennen so also ich meinte eigentlich dass irgendjemand gesagt hat ich soll diesen üben den wir befreit haben am tor treffen aber jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher hat irgendjemand aufgepasst letzte woche ja hat irgendjemand aufgepasst letzte woche das ist auch gewagt hey wer nicht gewagt der nicht gewinnt so geht das doch oder naja dann muss ich nochmal hier oben schauen wer nicht gewinnt der nicht gewagt nicht ganz genau ne das ist was eigenständiges das ist eine 10 Jahre alte Mod Demo zu einer Mod die bald hoffentlich irgendwann mal rauskommt hoffentlich irgendwann mal rauskommt also dieses Jahr schätze ich irgendwann alter nice 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 Sachen da fehlt mir noch ein bisschen was hm was ist denn hier drin hm abgebrochen hm abgebrochen ja ach eben so sind die Gardisten man muss da echt aufpassen so so Mr. Gerlach was ist denn jetzt meine Aufgabe hey gut wie ich ja ich bin etwas überfragt naja dann würde ich sagen gehen wir einfach mal los ein bisschen in die weite Welt schauen mal was wir da noch so erreichen können weil ich ähm weiß jetzt gar nicht was mein Hauptfest ist Problem ist es ist eine Woche her aber ich hab ich hab irgendwie im Kopf dass wir jemanden am Tor treffen sollten aber am Tor ist irgendwie keiner aber wir haben letztes Mal so einen Gradisten befreit vom Banditen und den sollten wir jetzt nochmal treffen aber der ist jetzt irgendwie nicht auffindbar erstmal Friedl beklauen erstmal die Friedl bestehlen oder ist der hier irgendwo im Busch tja das könnte sein dass der irgendwo tot rumliegt hey so Tim nehmen wir auch alles weg steht im Questlock nichts das ist ja die Sache tja tja ich hab keine Quest das ist ja die Sache den weiß ich jetzt gar nicht wo es weiter geht das ist merkwürdig natürlich ist das merkwürdig das ist durchaus merkwürdig dann müssen wir einfach in den Wald und Keiler jagen und Keiler jagen haben einem schon so manche gute Idee ach du Scheiße okay es war keine gute Idee okay oh nein Keiler und Varga am Rudel verhalten falls ihr das nicht wusstet Keiler sind eigentlich nur Re-Skin-Wölfe und jetzt kommen drei 3 oh das werde ich nicht überleben war ein guter Versuch so was geht denn hier so ab ja ich weiß auch nicht ob jemand von euch die Mod gespielt hat und weiß wie es weitergehen müsste aber vielleicht ergibt sich ja noch was Lässt du was bitte heute mal früher heute ist Feiertag eigentlich wollte ich sogar noch früher anfangen doch gesagt so am Wochenende oder wenn man sowas wie Feiertag da kann man auch mal früher anfangen aber ich habe eben noch einen Short gemacht nein Alter ich bin gar nicht an Zweientwaffen gewöhnt ähm und dann habe ich irgendwie ein bisschen die Zeit vergessen eigentlich wollte ich schon um 16 Uhr anfangen aber hallo in die Runde ich muss mich wieder umstellen auf Zweientwaffe weil ich will ganz Zeit nach hinten ausweichen aber das ist gar keine gute Idee mit Zweientwachen ja läuft gerade mit den Treffern auf jeden Fall ja läuft gerade mit den Treffern auf jeden Fall Räumchen Räumchen ja Taubsi das ist natürlich sehr bedauerlich ich hoffe du findest trotzdem noch etwas Erholung so Lökker jetzt kommt die Revanche jetzt kommt die Revanche so geht das hier ist ja ganz schön was los also wir sind ja Kapitel 2 da ist einiges nachgespawnt oh nein kling fest ja Frank das ist gar nicht so unwahrscheinlich dass nicht alle Leute immer alle Informationen kriegen ich weiß auch nicht wie ich alle meine Zuschauer erreichen kann das ist ein Ding der Unmöglichkeit dass jeder alle Informationen kriegt weil wenn ich ein Video mache guckt es sich nicht jeder an also ein Infovideo wenn ich ein Community Post mache guckt es sich nicht jeder an wenn ich es im Stream sage guckt es sich nicht jeder an ja ist das eine Mod in den Titel guckt auch keiner in die Beschreibung guckt auch keiner es ist halt immer immer das gleiche Problem es gibt Titel ungeübter Zweinkampf kommt mir immer vor wie Zeitlupe das ist aber gar nicht ungeübt das ist Kämpfer welches Spiel ist das? das ist die Elder Scrolls Lägerfall ist das Jorgenson? der Lurker der da kommt ja das ist Jorgenson ich dachte das ist das Mars Effekt siehst du hier irgendwo einen Mars Riegel? also ich nicht hätte man auch drauf kommen können Tortoros da los irgendwas in einem Discord Channel oder so sonst wo wo du Infos postest um Leute ranzubaten hey Florian das ist das letzte was ich machen würde die Leute sollen freiwillig hier zugucken nicht gezwungen sein und dann so hey guckt hier zu und wenn ihr hier zuguckt dann kommt am Ende des Streams vielleicht eine Verlosung und dann verlose ich so ein so ein Drecks Steam Spiel für 5 Euro ja Fragen das musste man die Entwickler fragen wenn es weiter mit dem Hauptspiel geht bei Kingdom Come also ich bin immer noch schockiert dass die Story so geendet hat das fühlt sich immer noch etwas unbefriedigend an ich bin nur wegen der Verlosung hier ja ich auch hey Shadow also da hört auch der Spaß auf mit Elex 2 wir haben es letztes Jahr komplett durchgespielt du kannst dir gerne alle Streams angucken und gerade das ist so die Leute die Elex 2 vorschlagen die waren gar nicht beim Elex Durchgang letztes Mal dabei genau die ganzen Leute die immer nach Arcania geschrien haben dann habe ich ein richtig aufwendig editiertes Arcania LP gemacht haben gar nicht alle gesehen und ich habe mir die Mühe gemacht Schande über euch dann lieber nochmal Elex 1 oder die Risen Teile ne die haben wir letztes Jahr auch gespielt wir machen erstmal Gothic Mods bis der Arzt kommt mit so viele Gothic Mods die Tage kam schon wieder irgendeine andere Mod raus eine Gothic 2 Erweiterungs Mod wieder aus dem Ostblock die absurd schwer sein soll die könnten wir mal anspielen Spaßeshalber genauso wie Gilden ok Frank das klingt interessant ok was ist das hier für ein crazy Steinkreis hin und kommen ist abstrakte Kunst das muss keinen Sinn ergeben verstehe ich nicht ich war einfach traurig dass das Spiel gestern vorbei war ich habe da eigentlich noch mit sehr viel mehr gerechnet was passiert einfach es fühlt sich so unbefriedigend an diesen Platzkopf vom Anfang nicht nochmal zu treffen diesen Owlitz Typen wer ist denn mit Odyssey Returning oder Loa also auf Loa habe ich Bock tatsächlich aber Loa soll irgendwann noch ein Update bekommen deswegen warte ich so da ist der Pass meinst du Gothic 2 Lobos mit der Mod ne ähm wie hieß die denn nochmal das hat vorhin noch jemand in die Kommentare geschrieben da habe ich nochmal kurz gegoogelt die ist jetzt ganz frisch irgendwas mit Air ich habe es vergessen vielleicht sogar einfach Renovation oder so bin mir jetzt nicht sicher und was ist nochmal Lobos das habe ich auch schon so oft gehört was ist nochmal die Lobos Mod der Pass in die Hauptstadt ist zu ich habe Loa schon zweimal durchgespielt einmal als quasi Söldner und einmal als ähm Magier ne und einmal bei Release das war noch bevor ich YouTube gemacht habe ich habe es sogar dreimal durchgespielt einmal habe ich es auch als ich habe es zweimal auf dem Kanal schon durchgespielt einmal habe ich auch als Stadtwache gespielt jetzt brocken hast du eine Liste für dich was du wann wie durchgespielt hast ne 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 ich führe eigentlich keine Listen ich kann ja bei YouTube auch gucken wenn ich wissen will was ich wann gespielt habe das ist meine Liste aber Florian hättet ihr da nicht der gute Marvin helfen können bei solchen Problemen Hallo übrigens an alle die noch dazu gestoßen sind die Lobos Mod kann ich echt empfehlen echt cool gemacht ja aber was ist denn die Lobos Mod Lobos vom Namen sagt halt einfach überhaupt nichts ich dachte hier kommt bald die Gothic Ostermod Ostern ist doch jetzt wieder vorbei es gibt die eine oder andere Ostermod bei einem habe ich sogar mal ein Intro gemacht und oder war das die Weihnachtsmod ne das war eine Weihnachtsmod was haben wir denn hier Lebensenergie ja gut das kann ich nachvollziehen Florian manchmal ist auch einfach die Luft raus gerade bei längeren Mods ich hatte das bei Returning ja im LP als ich dann zum Stream umgeswitcht bin zum Stream da war es dann wieder gut weil dann hat es Spaß gemacht weil Leute dabei waren aber weiß ich nicht diese ganz langen Mods die motivieren mich auch nicht so krass Total Conversion mit ziemlich guter Story hat die eine Sprachausgabe? aber ohne Sprachausgabe ist ja doof für ein Stream hat jemand von euch zufällig diese Mod hier gespielt und weiß wie es weiter geht? ich bin überfragt vielleicht muss ich auch nochmal zur Mine laufen oder so weil ich habe keine Hauptquest irgendwie genau diesen Torek habe ich gerettet und dieser Torek der soll eigentlich irgendwo am Tor auf mich warten vielleicht ist er auch zu einer bestimmten Uhrzeit nur da oder der buggt irgendwo fest das kann natürlich auch sein wir sind auch bald wieder Level ab mit Game TTS allerdings gibt es nur zwei Stimmen für alle Charaktere ja okay das hat dann ist es schon raus Daniel dann ist es raus weil wir hatten das doch auch bei wie hieß nochmal die Mod? Escape da waren es ja auch nur zwei, drei Stimmen das ist ab irgendeinem Punkt so anstrengend finde ich ohne Witz ich wäre auch wenn das irgendjemand die Hand nehmen würde von den Moddern dass er das koordiniert dann würde ich von mir aus mit euch zusammen ganz Tagsprachausgaben für diese Mods erstellen also dass jeder da einfach bestimmte Charaktere vertont der ein halbwegs gutes Mikro hat ich weiß dass da viele Leute Bock drauf haben und wenn man weiß ich nicht 20 Leute hat die da Bock drauf haben dann kann man solche Mods auch innerhalb von weiß ich nicht einigen Wochen vertonen auch wenn die umfangreicher sind der gute Deeds hast du eigentlich schon mal über ein Let's Play oder Stream zu Apes Odyssey nachgedacht? sagt mir gar nichts was ist das? hey du ja also ich bin also es gibt ja die unterschiedlichsten Dinge an denen sich verschiedene Leute stören und mich macht es kirre wenn ich nur zwei verschiedene Stimmen habe gegen TTS habe ich so nichts weil ich ich finde das ja gerade geil wenn man da so eine Stimmenvielfalt haben kann aber diese schnell erzeugten Sprachausgaben sind halt an die Skripte gebunden und wenn die Skripte halt so aufgebaut sind dass man nur zwei Stimmen da hat dann ist das so hey du hey Inga ja Tony aber nur in Showcase Geschichten wo ich das mal vorgestellt habe habe ich Multiplayer gespielt sonst interessiert mich das eher wenig ich bin Gothic Singleplayer Gothic war für also ich finde das interessant aber zum selber spielen reizt mich das nicht so wenn ich jetzt beispielsweise wenn es Multiplayer mit Voice Chat geben würde dann würde ich glaube ich spielen weil dann würde ich keine Ahnung einmal die Woche so weiß ich nicht Charakter wie Holger und dann was machst du hier auf meinem Land Junge weißt du dann würde ich halt die ganze Zeit so reden oder so hätte ich Bock drauf einfach so wäre das ein bisschen uninteressant für mich ein Jump'n'Run Spiel aus 97 nee ich wüsste nicht warum mich Jump'n'Run jetzt so begeistern sollte da habe ich andere Spiele die mich eher interessieren so was haben wir denn hier Schönes Ratten dein Lurker so geht das nicht Mole Red darf nicht auch mitkommen ist die andere Mod von der täglichen Video kommt eigentlich schon durch ja habe ich jetzt am Wochenende durchgespielt also wenn du die Gold Remaster meinst Fazit Video habe ich auch schon gemacht läuft also das bis Samstag kommen noch Folgen da unten sind schwarze Goblins frag mich warum diese Mühle hier steht hier ist ja nicht mal Wasser ja die Gold Remaster habe ich jetzt am Wochenende durchgespielt alles und nicht Wunder Die Gold Remaster Mod ist an sich eigentlich eine Grafikmod. Was mehr Content da reinbringt, ist die Minimod Balance, wenn du die zusammenspielst. Das habe ich dann auch in dem Fazit-Video alles nochmal erklärt. Aber ich meine, für sowas könnte man auch auf die Mod-Seite gehen. Auf WOG, da steht das dann auch. Deswegen verlinke ich ja die Mods auch, damit man das nachgucken kann, weil die Modder, die schreiben das in der Regel ja dahin. Was auch erweitert wird. Aber die Gold Remasters an sich eine Grafikmod, die Gothic 2 so nah am Original lassen will wie möglich, aber es grafisch halt aufhübscht. Aber die Minimod Balance, die verändert dann halt viele der Balancing-Geschichten halt. und das macht sie auch ganz gut. Ja, Achim, ich weiß nicht, warum ich sowas spielen sollte. Das interessiert mich doch gar nicht. Warum sollte ich denn irgendeine komische Simulation spielen? Es ist ja nicht so, dass ich nichts zum Spielen hätte. Es gibt... Ich hab ja gestern, ich dachte, King & Come geht noch länger. Es gibt halt viele Gothic-Mods, die ich noch angucken will, weil mich das interessiert. Und es gibt haufenweise Rollenspiele, ne. Ich hab zum Beispiel die Tage jetzt mal Drakensang am Fluss der Zeit installiert. Was auf Steam gar nicht richtig läuft. Es ist erstmal auf Steam auf Englisch. Musst du dann selber dank der... Dank Leuten, die das auf Deutsch gepatcht haben, patchen auf Deutsch. Und dann musst du, äh, das auch nur im Fenstermodus spielen, weil sonst geht's nicht. Also es ist schon interessant, dass auf Steam dann gar keine deutsche Sprachausgabe oder generell eine deutsche Version existiert, obwohl das ein deutsches Spiel ist. Aber mit Drakensang hab ich auch gar keinen Berührungspunkt. Aber das wollte ich zumindest mal anspielen. Ey, ohne Witz, was sie auch zerstört haben, die Rudolf Gabens Version von Risen 1 zum Beispiel, oder die von, ähm, und Dings hier von, von Steam, die laufen einfach nicht vernünftig. Ich wollte Risen modden. Äh. Es hat nur Abstürze, nur Probleme. Das ist seitdem sie dieses komische Switch-Update gemacht haben, was auch dann bei Steam kam. Okay, da ist eben eine krasse Festung. Und ich finde, dass, das, es ist halt so, also Risen hatte ich eigentlich nie so Probleme mit, aber jetzt macht es nur Probleme. Vor allen Dingen, manche Sachen funktionieren ja auch gar nicht richtig, die sie da eingebaut haben, wie diese verstellbare Field of View, wo das Spiel dann immer so unnatürlich reinzoomt. Die haben die Konterparade irgendwie kaputt gemacht, die nicht mehr richtig funktioniert. Das hatten wir ja, als wir auch vor einem Jahr, glaube ich, Risen, war gespielt im Stream. Da war das ja auch ständig ein Problem. Und die ganzen Mods, die funktionieren nur noch mit der Beta-Version, aber auch gefühlt, die, weiß ich nicht, die läuft irgendwie nicht richtig. Ich hab, weiß ich nicht. Hallo Miguel, hallo auch an einen anderen. So, hier sind eine Höhle, hier sind Goblin Krieger. Das ist irgendwie, glaube ich, zu schwer, oder? Eiswelle habe ich. Das ist vielleicht ein bisschen Overkill. Ne, ich glaube, hier komme ich nochmal wieder. Andererseits könnte ich die vielleicht mit der Armbrust abschießen. Ne, Miguel, weiß ich noch nicht. Nein! Ah, okay. Danke, Taupsi. Das ist sehr nett von dir, dass du im Hintergrund Recherche betrieben hast. weiß ich sehr zu schätzen. Ich finde die Mods sterbenslangweilig, wenn hier keine neue Geschichten oder anderen Content drin ist. Ich nicht. Also, ich finde es sehr interessant, weil du mal aus deinem Spielmuster ausbrechen kannst, wenn die Mods ein anderes Balancing aufweisen. Gerade zum Beispiel die jetzt Gold Remaster Mod, die hat in Kombination mit der Minimod Balance, das war eine sehr schöne Spielerfahrung. Hat mir sehr gut gefallen. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht beides spiele. Also, ich spiele ja auch Mods mit eigener Geschichte, so wie diese hier. Aber, also, die Erweiterungsmods, die finde ich halt auch sehr cool, weil sie viele von den Punkten, die mir am Hauptspiel nicht ganz so gut gefallen, dann nochmal aufgreifen und das ein bisschen abändern. So, ja, dann pennen wir mal bis Nacht und gucken mal, obwohl ich könnte noch Stärke lernen, oder? Na, lieber Zweihandkampf. Hm. Ich weiß es nicht. Nee, Florian, weil bis ich da hinkam, ich habe ja sehr ausführlich gespielt. Hm. Also, ich habe ja bewusst so ausführlich gespielt. Wenn man jetzt nicht so ganz so ausführlich spielt, dann wird man ja nicht so stark. Aber ich fand das interessant, mal Gothic 2 wieder so komplett ausführlich zu spielen, wie ich es da gemacht habe. Ähm. Wer konnte mir denn nochmal, war das er hier? Lass uns mit dem Training beginnen. Ja. Ein bisschen mehr Kampf. Fähigkeit ist nicht schlecht. Gothic Odyssey ist besser als Acholos. Alter, Eisfall, für sowas bann ich dich hier. Nein, Spaß. Aber nein, also in meinen Augen auf keinen Fall. Odyssey hat auf jeden Fall auch sehr viele gute Sachen, aber es ist zu lang, zu groß, zu viel und zu, ähm, zu, zu, mir fehlt das Wort gerade. Ich sage einfach, es ist zu schlauchig, weil ich kein anderes Wort dafür gerade finde. Raus aus meinem Bett. Das war ein Witz, heute ist der 1. April. da ist wieder ein Drecksfigur. Komplett Angriff! Ich habe es immer noch drauf. Verdammt, was war denn das? Zu linear, genau das wollte ich sagen, danke. Ein Angriff auf die Stadt. Diese Goblins werden immer dreister. Du musst unbedingt Lord Gärnoch davon berichten. Ach, bevor ich es vergesse, hier, ich gebe dir diesen Ring, als Zeichen meiner Dankbarkeit, für die Befreiung aus den Händen der Barditen. Vielen Dank, doch ich habe nur meine Befehle befolgt. Ich lasse niemanden im Stich. Das ehrt dich wirklich sehr. Ich bewache nun zusätzlich in der Nacht das Stadttor, wie du ja gesehen hast, nicht ohne Grund. Also, berichte Lord Gärnoch, was geschehen ist. Ja, Odyssey, ähm, also hätte Odyssey mehr Entscheidungsvielfalt, wäre das, wäre die Mod gleich um Längen besser. Bis Corines war es echt noch sehr interessant. Da würde ich sogar, bis Corines hätte ich auch noch eine 7 von 10 gegeben. Aber ab dann, wo es in die Wüste ging und so. Also, die Wüste hat mir das Spiel kaputt gemacht. Deswegen ist die Entwertung dann auch so, ähm, gammelig im Gesamtzusammenhang dann, weil, also bei mir, weil die Wüste mir alles zerstört hat. Sieht mich diese Wache etwa nicht? Schläft diese Wache im Stehen? Darf ich das mitnehmen? Äh, wie, darf ich einfach klauen? Äh, die beste Wache der Welt? Alles. Was ist los? Mein Lord, Goblins haben die Wachen am Tor angegriffen. Sie versuchten, in die Stadt zu gelangen. Was sagst du da? Ein Angriff auf die Stadt? Ja, sie waren zahlreich und haben erbittert gekämpft. Was ist vorgefallen? Sie nutzten den Schutz der Dunkelheit und überraschten uns. Und was ist mit den Männern am Tor? Wir erschlugen sie. Den Männern geht es soweit gut. Verstehe. Das war ein klares Zeichen. Wir haben zu lange weggeschaut. Doch jetzt müssen wir uns ihnen entgegenstellen. Wie meint ihr das? Wir werden zurückschlagen. Mit aller Härte und ohne Gnade. Was habt ihr vor? Wir tun das, womit sie nicht rechnen. Wir greifen sie und ihre Brut an. Auch wenn es sicher nicht einfach wird. Aber mit Innos Hilfe werden wir siegen. Kann ich dabei helfen? In der Tat, das kannst du. Finde ihren Unterschlupf in der Nähe der verlassenen Hütte und sorge dafür, dass sie in Zukunft keinen Ärger mehr machen. Die Zwillinge Tobi und Mobi sollen dir im Kampf zur Seite stehen. Nice. Benus wird dir ein paar Heiltränke geben. Und nun geh mit Innos Segen und kehre sie gleich zurück. Tobi und Mobi, Alter. Ja, und hallo an alle, die noch dazugestoßen sind. Alter, Benus, gib mal Heiltränke jetzt. Hey, du. Ich komme von Nordgerlach. Du sollst mir Heiltränke geben. Was stellt er sich eigentlich vor? Woher soll ich immer so viele Heiltränke herbekommen? Ich hab nur noch zwei. Die kannst du gern haben. Zwei Stück. Ich bin gekommen, um meinen Soll zu holen. Wo warst du gestern? Du hast dich nicht bei mir blicken lassen. Du könntest dich wer weiß wo herumgetrieben haben. Ich hab Goblins gejagt. Lass uns handeln. Der ist noch knauseriger als Ona. Ich hätte wirklich nur zu Heiltränke. Die Dinger behalte ich mal. Ich könnte eigentlich den rostigen Zweihänder anziehen, weil der länger ist. Das könnte man tun. Du wählst Schatulle. Kann auch weg. Schatulle voller Pären. Ich glaub das ist für ihn eine Quest, weil die heißt so. Die heißt ja bestimmt nicht ohne Grund so, ne? Äh, ja. Steh mal auf. Ich will in deinem Bett schlafen. Zwei Stück für drei Leute müsst ihr auch noch teilen. Ne, ne, die waren für mich. Das sind meine Tränke. Hey, du. So kaut er schon wieder Kaugummi. Es gibt Arbeit. Wir sollen die Goblins angreifen. Na endlich passiert hier mal was. Wir treffen uns am Turm. Versuch meinen Bruder Moby noch zu überzeugen und zu unterstützen. Brüder sehen sich gar nicht ähnlich. Hey. Hey Moby, du sollst mir helfen. Die Goblins warten. Ich soll gegen schwer bewaffnete Goblins kämpfen? Nein, ich bin noch nicht so weit. Ich glaube, du verstehst nicht. Das war ein Befehl. Befehl hin oder her. Ich bin mit dem Zweihänder einfach noch nicht sicher genug. Ich bin dir so einfach keine Hilfe. Wie? Was soll das keine Hilfe? Muss ich da Meldung machen? Und sonst? Ich mache aus jedem einen richtigen Kämpfer. Ja. Da ist das Mikrofon. Wie, das war es jetzt? Der kommt jetzt einfach nicht mit oder wird? Da passen ja die zwei Haltränke doch wieder. Oder ich laufe jetzt zum Turm und dann sagt er mir dann sagt er mir ja, kehr noch mal zurück. Du kannst meinem Bruder dann so und so rüber reden. So, er meinte auch sicherlich, ja, er meint diesen Turm. Gut. dann lass uns diese Goblins mal aufmischen. Bleib dicht hinter mir. Wieso gehst du jetzt voran? Der gute Tobi. Tobi McGorn. Aber da haben wir schon krasse So, ab jetzt solltest du gut aufpassen. Mit diesen Biestern ist nichts zu spaßen. Ja, er kaut Kaugummi. Keine Angst, ich passe schon auf mich auf. Und er kaut auch Kaugummi. wie du meinst. Ja, Akku, ich weiß nicht, also vielleicht macht YouTube wieder Probleme beim Streamen. Bei mir läuft alles gut, sonst würde mir das OBS anzeigen. Du kannst paar Sekunden zurückspringen. Vielleicht hilft dir das, wenn du nicht ganz flüssig guckst. also Ey, die gehen auf mich. Was soll das? Moment, der ist unbesiegbar. Wie wäre es wohl, wenn das alte und neue Lager einfach ihre Charaktere getauscht hätten? Die als Erzbaron, Gronn als Gardist, Gronn als oberster Söldner. Ich glaube, wenn du das Spiel nicht kennen würdest, dann hätten die, also gerade die Sprecher hätten das, glaube ich, auf beiden Seiten auch gut rüberbringen können. Deswegen braucht Tobi auch keine Heiltränke, weil der einfach unbesiegbar ist. Diese Viecher sind zäher, als ich dachte. Wir müssen aufpassen. Auf geht's! Ab geht's. Wieso kann ich ihnen einen Halt rangeben, wenn er unbesiegbar ist? Ey, und wo sind die Problemkrieger, die vorhin hier waren? Oh shit, der ist ja doch nicht unbesiegbar. Oh shit, jetzt hat mich hier noch geschlagen. Mein Gott, sind das viele! Und was ist das dort drüben für ein Gatter? Ähm, ab jetzt gehst du voran. Ich bleibe dicht hinter dir. Wie sollte es auch anders sein? Du bist fast tot, Kumpel. Ähm... Hier, nimm den Heiltrank. Ja, das hat dir jetzt nicht so viel gebracht. Was für ein Gatter meint der überhaupt? Hab ich noch irgendwas anders zum Heilen? Eine mittlere Wundenheilung. Nee, beim Angriff beim Tor waren die nicht dabei. Weil da waren keine Krieger. Oh shit. Ja, ich muss... Ich muss auf die gehen und ausweichen. damit Tobi die fertig macht. Perfekt. Perfekt! Also noch einen Trank abdrücken. Ja, aber das bringt mir herzlich wenig, ne? Robi, also mach keinen Scheiß. Wir hätten echt einen Mobi dabei haben müssen. So, ich brauche Zauber. Zauber. Los, Tobi. Ich kann nicht ewig ausweichen. Mann, Tobi. Junge, 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 Junge. Ach Mensch, hör auf! Originale Nichtskönner, diese Goblins. So, warte mal, wir brauchen etwas Heilung. Ich brauche Käse, Rot, Äpfel. Wollte ich sowieso noch essen, damit ich Stärke bekomme. Tobi braucht einen Trank. Ich habe keinen Trank. Schmeckt saftig und frisch. Äpfel. So, Tobi, ich hoffe, du hältst noch ein bisschen durch. Die Winde sitzt fest. Schade, dass man den Leuten nicht Nahrung geben kann. Ja, aber wie lange willst du dem Äpfel geben? wieder der komplette Dialog endet immer. Tobi braucht Liebe, das stimmt. ein York. Krotok Yabart. Du solltest nicht hier sein. Alter, der Ork klingt gar nicht mal so schlecht. Dafür Grohascht wird dich bestrafen. Ein sprechender Ork? Du vergessen, dass Orks schlaue Wesen Menschen dumm. Grohascht wichtige Rolle im Tal der Seelen. Grohascht wird alte Orks statt zurück erobern. Menschen waren Sklaven von Orks. So ist der Deal. Warum wollen die Orks die Menschen angreifen? Menschen wollen das Orks angreifen. Verstehe ich nicht. Schlaue Orks sehen Chance zu bekommen viele Sklaven nach Krieg. Großer Plan fängt an mit Invasion. Wer will, dass ihr Orks die Menschen angreift? Orks haben Angebot bekommen. Angebot von König der Söldner. Das sind interessante Neuigkeiten, die Lord Gellach sicher interessieren werden. Ha 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 Du also immer noch der Meinung du hier lebend wieder raus kommen. Du hören meine Brut kommen. Jetzt deine Zeit gekommen. Oh shit nein Tobi Tobi nein ist tot. Kommst du da wohl runter von deinem hohen Ross? was? Alter Tobi hat einen Eintopf dabei, warum hat er den denn nicht gegessen? Oh Haschk Was hast du jetzt davon? Alter Sturmknecht Tja, mal gucken, ob wir berichten können, dass Tobi tot ist. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt noch Vorwürfe von Mobi. Alter Sturmknecht Alter Sturmknecht Alter Sturmknecht Ich hätte vielleicht die Armbrust nehmen sollen. Der Nahkampfarmbrustmann hat noch nie enttäuscht. Ich hätte die Eiswelle nehmen sollen. Ich hätte Fahrradkette. Du hast alter Sturmknecht gesagt. Ja, weil ich mich gefreut habe. Alter Sturmknecht. Oh Mann, ich hätte wirklich die Armbrust nehmen sollen. Tobi hätte nicht sterben müssen. Und wessen Schuld ist das? Ganz genau. Wie vom Chat. Der Chat hätte ruhig auf den Nahkampfarmbrustmann hinweisen können. Das ist die geheime Taktik eines jeden Gothic-Spielers. Alles Mobi-Schuld. Ja, Eisweil, ich hoffe es. Ich hoffe, dass diese dramatische Szene jetzt kommt. Aber die Erschlagnisse übereignen sich mal wieder, ne? Irgendwas mit Speichern. Na ja, dann laufen wir mal zu Gerlach. Zu Bärlauch. Gott, Bärlauch. Waren wir eigentlich hier in diesem Wald jetzt schon überall? Ich glaube schon, ne? Mobi knüppelt dich jetzt nieder, weil er so schwach ist. Das wäre witzig. Und wir sind nochmal Level-Up. Das heißt, wir können unsere Zwei-Entfähigkeit noch hoch pushen. Ich hoffe, dass es jetzt keine Sackgasse, weil Tobi zwingend überleben muss. Das werden wir jetzt sehen. Wenn nicht, dann habe ich noch hoffentlich einen Schnellspeicherstand, wo Tobi noch lebt. Dann verprügele ich ihn einfach und laufe vor. Dann findet er mich nicht. Ja, die Grafik ist halt mit dem Renderer überarbeitet, ne? Der Renderer fügt ja dynamische Schatten ein und andere Effekte. Ich glaube, X11-Effekte. Dann sieht das schon mal anders aus, something. Das habe ich schon immer gesagt. Die Goblins sind erledigt. Berichte, was vorgefallen ist, Gatist. Die Goblins haben ein Lager im Berg unterhalb des Kornbauern errichtet. Ich bin tief in den Höhlen auf einen Ork gestoßen, dem ich interessante Informationen entlocken konnte. Ein Ork in Ostergard bereitet mir wahrhaft Sorgen. Was hast du herausbekommen? Er sprach davon, dass die Orks sich für eine Invasion vorbereiten. Was für eine Invasion soll das sein? Es gibt in Ostergard keinen Ort, wo sich Orks verstecken könnten. Wo sie sich verstecken, weiß ich nicht. Doch er sagte, dass die Orks für den König der Söldner kämpfen. König der Söldner? Das kann nur Lord Jaldin sein, dieser Feigling. Er macht also Geschäfte mit den Orks? Das sieht ihm ähnlich, diesem Schuft. Diese Information muss dem König unbedingt überbracht werden. Ich werde umgehend einen Boten zu ihm senden. Das sollte uns einen großen Vorteil verschaffen. Für deine guten Dienste sollst du natürlich belohnt werden. Wieso sitzt er eigentlich immer so merkwürdig auf seinem Thron? Und Eisweil, nee, da bin ich gar nicht bei dir. Also ich feiere diese Gothic 1 Texturen übelst. Also ich mag diesen Stil sehr gerne. Und ich freue mich, dass die Hauptmod von dieser Demo und diesem Prolog auch so in diesem Stil sein wird. Ich könnte die Nachricht doch überbringen. Nein, dich brauche ich hier. Es gibt ein Problem in der Mine. Kümmere dich darum. Warum? Warum ich? Hey. Lass uns mit dem Training beginnen. So. Mehr Zweihand. Hey, du. Ja, dein Bruder ist übrigens tot, ne? Wollte ich nur mal... Wollte ich nur mal angesprochen haben. Wollte ich nur mal gesagt haben. Warum soll ich mich denn los? So, wir brauchen Tränke. Nee, Eisfall, sehe ich nicht so. Sehe ich nicht so. Soll ich mich denn auch alles kümmern? Wer sagt denn sowas? Für den König. Für den Innos. Darf ich eure Wagen sehen? Oh. Was haben wir denn da? Ja, ich brauche Tränke. Ich kaufe mir alle Tränke. Er zieht alles weiter. Die auch. Nein, das ist nicht schrecklich. Der hat auch krasse Zauber gehabt hier. Boah, ich hätte das alles gebrauchen können für die Goblins. Tobi hätte nicht sterben müssen. Ach, erzähl mir nicht so. Aber niemand hat auch nach Tobi gefragt, so, ne? Hallo Aguja, hallo auch an alle anderen. Der Hilger. Warte mal. Hat er gewagt, seinen Fisch zu stehlen? Naja, dann gehen wir mal zur Mine. Der Tobi-Gedächtnis-Stream, ja. Wir alle werden an Tobi gedenken. Er war tapfer gekämpft. Er war einer von den Guten. Nicht so wie sein Bruder Mobi. Mobi konnte nämlich nicht kämpfen. Und ihm war sein Bruder egal. Und was ist eigentlich mit Lester? Er wollte doch Verstärkung holen. Was ist mit Lester? Das ist ein sehr schneller Wasserfall. War der Wasserfall schon immer so schnell? Das war mal Monsterschrumpfen, ein starkes Angebot. Er hätte irgendwie zwei Goblins schrumpfen können. Da ist noch so eins von diesen Viechern. Stirb, Goblin! So, wir können jetzt noch mal Holz abgeben, glaube ich. Vielleicht schaffen wir jetzt auch, diese andere Höhle zu erforschen, die da vorne ist. Hey! Ich habe hier Holz für dich. Dann zeig mal her. Das sieht gut aus. Das Holz kann ich gut gebrauchen. Hier hast du dein versprochenes Gold. Nice. Wart ihr hier nicht mal zu zweit? Ja, warte ich nicht mal zu zweit. Ja, verdammt. Wir wurden gestern von ein paar Mole-Rapt angegriffen. Ivan hat die ganze Zeit nur geflucht und meinte, dass die Viecher was erleben könnten und ist einfach in den Wald gelaufen. Er ist tot. Er muss den Verstand verloren haben. Niemand läuft allein in den Wald. Außer ich. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Könntest du ihn suchen gehen? Ja. Okay, ich mach's. Bring ihn bitte wieder gesund zurück. Er ist eh tot. Er ist Towers von Sod. Sowas von tot. Ja, Zauberer kann man schon mal verwechseln. Kann man schon mal verwechseln. Liegt düsterer als die Gothic-2-Wälder. Bisher auch Gothic-1-Textur. Gothic-1 ist nochmal einen Tacken düster. Ra, 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 ra. Hüster, ra, ra, ra. Ein schwitziger Kerl. Ich mag keine schwitzigen Kerle. Wenn man ins Fitnessstudio geht. Oh, shit. Hier sind über schwarze Wolfis jetzt. Schwarze Wölfe sind ein bisschen zu krass, oder? Guck mal, wie viele auch. Junge, was? Wie soll man das denn schaffen? Niemand geht alleine in den Wald. Jorgenson, du hast viele Gothic-Spiele, nicht wahr? Es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Gothic-Spielen, nicht wahr? Ja, deswegen habe ich die, die es gibt. Äh, ja. Wie besiegen wir jetzt die Boys? Ja, der Nahkampf-Armbrustmann muss wieder ran. Und der Nahkampf-Armbrustmann muss sich jetzt weiterentwickeln zum Nahkampf. Ich stelle mich oben auf den Berg. Und schieße. Run, man. Bin ich jetzt hier? Oh, shit. Der kommt da drauf. Das ist, glaube ich, zu weit. Nee, ich habe ihn getroffen. Haha. Wie viele Bolzen haben wir? Was ist, wenn ich jetzt den gewagten Move mache? Hier drauf. Oh, oh. Der kommt hier hoch, oder? Jetzt lief er ja da hin. Armbrust-Schießen kann ich. Nicht. Alter, wir haben Armbrust-Fähigkeiten wie so ein Mobi. Das ist einfach Gothic-Gameplay in a nutshell. Ja, Achim, habe ich aber leider nicht. Wo soll ich denn dann herzaubern, wenn ich ihn keine habe? Das nennt man Skill-Issues. Ja, von den Wölfen. Habe ich den Trickshot gesehen? Jetzt kommt die heftige Legolas-Aktion. Oh. Wahnsinn. Wahnsinn. Warum schickst du mich in den Wald? Richtiger Skill. Hätte nicht jeder geschafft. Kann man ruhig mal auch loben. Bin die Wölfe doch nix für. Du hast es echt drauf. Danke. Danke. Was ist denn hier los? Oh nö, Waran-Ä. Ich mag keine Waran-Ä. Nee, Waran-Ä möchte ich nicht. Da kann man auch mal ein Like für da lassen. Das kann man auch machen. Waran-Party neben der Wolf-Party. Ob die sich verstehen? So, wie schießen wir denn jetzt die anderen Boys hier? Ich habe einen Plan. Der Plan besagt, laufe durch den Wald. Locker alles und jeden an. Und dann springe auf den Baumstamm. Plan-Änderung. Springe erst auf den Baumstamm und dann lockt die Wölfe an. Was hat er für einen Riss? Boah. Die KI hat er zugelernt. Die KI hat er zugelernt. Nee, doch nicht. Ich dachte, die laufen gerade weg. Chat GP Wolf. Perfekter Plan. Das war der perfekte Plan. Muss man wissen. Oh, hier ist noch ein Ast. Für jeden Ast kriege ich 20 Gold. Das Angebot gilt auch im echten Leben. Wenn ihr im Wald geht, Äste mitnimmt. Geht einfach zum Holzfäller eures Vertrauens und dann gibt ihr die Äste ab und kriegt immer 20 Euro. Für jeden Ast. Oh, shit. Oh, ho, ho. Uh, ho, ho. Nein. Fast zur Hölle. Nein. Nein, ich stecke im Baum. Warte. Warte. Ich kann die Kamera nicht vernünftig drehen. Die wollen nur spielen, ja. Mit meinem leichten Arm. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Nein. Springen! Nein! Was? Der Wolf ist mir zuvor gekommen. Was? Zöne. Junge. Diese Wölfe sind viel zu... Oh! Hey! Heil dich! Ich. 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 Boah, das ist heftiger als Elden Ring, ja. Und wegen Souls-Like ist schwer. Diese Wölfe können auf den Baum klettern. Habt ihr schon mal im Elden Ring Wölfe auf den Baum klettern sehen? Also ich nicht. Oh. 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 Was? Alter, diese Wölfe sind brutal. Du hast springen gesagt und der Wolf ist gesprungen. Aber er ist einfach nur, also... Er ist einfach nur trainiert. Uh. 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 Wie zur Hölle! Ich reite auf den Wolf. Junge, diese Wölfe, ne. Uh. 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 Oh, schlimm, schlimm, schlimm. Er ist schon da. Echt, Eisfall, ich weiß nicht, was manchmal mit dir los ist, ne? Sieh es mal als Verwarnung, Eisfall. Ein letzter Versuch, ansonsten machen wir das später. Was? Hier ist er ja. Wo fährt Jorgen so eigentlich ein Schwert? Alter, ich bin Zweihandkämpfer und kein Starker. Nein, du wirst ihn nicht töten, du mieser Hund. Bin ich wohl zu spät gekommen? Ja, komm, dann ist er jetzt, dann ist er tot. Mal gucken, was der Holzweiler jetzt sagt. Oh, nö, hier geht's direkt weiter. Das ist für Ivan! Die Liste, der unnötig verstorben wird, immer länger. Ja, die Liste ist jetzt bei zwei. Wer gedenkt den ganzen Goblins? Die Goblin-Frauen, die heute auf ihre Männer, Goblin-Männer warten abends. Die nicht heimkehren. Ja, was mit denen eigentlich? Hey, du. Ich kann ihnen das nicht mal sagen. Ich habe hier Holz für dich. Oder auch nicht. Er interessiert sie einfach dafür gar nicht. Dann zeig mal her. Das sieht gut aus. Das Holz kann ich gut gebrauchen. Hier hast du dein versprochenes Gold. Mann. Hat sich schon verdoppelt. Soll ich laden? Soll ich laden? Chat, soll ich laden? Sollen wir Ivan retten? Ihr habt jetzt eure Chance. Ja, laden. Lade. Why not? Ja, ja. Alter, ihr seid ja alle für Ivan. Okay. Welcher war denn der letzte Speicherstand? Dann sag doch, dass ich laden soll. Dass ich in laden soll. Dann werde ich noch einen geilen Zaugen. Boah, wir machen jetzt einfach den Overkill. Wir machen jetzt den Overkill. Das ist für Ivan! Ja! War das nicht eben vier? Feuerball reicht. Nee. Overkill. Ivan mitnehmen. Okay. Alter, Ivan sprintet ja sogar. Nochmal laden. Hab's verpasst. Zucki. Kraftig. Okay. Mach einfach die Augen auf. Dann kannst du auch nichts verpassen. Oh, shit. Oh, shit. Nein! Nein, Ivan! Oh, shit. Jetzt hatte ich noch Ivan geschlagen. Oh, man. Ivan. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Oh, scheiße, ey. Okay. Dann machen wir die Zucki-Taktik. Zucki, deine Feuerbälle taugen gar nichts. Schwertmeister Jorgensohn muss wieder ran. Schwertmeister Jorgensohn muss wieder ran. Eisfall, guck mal, es geht darum, du lenkst das Thema in eine bewusste Richtung und dann wird wieder irgendein dummer Scheiß geschrieben und dann geht das Thema in eine ganz falsche Richtung und das will man einfach vermeiden. Du kannst in deinem privaten Rahmen schreiben und sagen und Witze machen, wie du willst, aber hier im Stream erwarte ich irgendwo Grundregeln, die eingehalten werden. Wir hatten das Thema auch schon tausendmal und gerade in einer Zeit, wo alles immer sofort politisiert wird, auch von diesem Chat. Und dann ist man, ich bin jetzt beleidigt. Anscheinend hat das einige sensible Gemüter jetzt beleidigt, anstatt zu raffen, was man gerade gemacht hat. Dass ich euch manche Dinge einfach auch noch erklären muss, ist halt traurig, wirklich, das ist traurig. So, Ivan, komm mit. Hey. Ich habe Ivan gefunden. Und wie ich sehe, ist er wohl auf. Ich weiß wirklich nicht, wie ich dir danken soll. Schon okay. Hauptsache, Ivan geht es gut. Du bist wirklich ein außergewöhnlicher Mensch. Wenn jeder so handeln würde wie du, gäbe es keine Sorgen und Nöte mehr. Ich habe hier Holz für dich. Dann sag mal her. Hier hast du dein versprochenes Gold. So, dann gehen wir jetzt mal zur Mine, obwohl ich könnte die Kala dann noch fertig machen. Eisfall, du weißt genau, wie manche Leute getrimmt sind. Gerade heutzutage. Du weißt, wie im Internet die Leute schreiben. Und ich will einfach vorbeugen, dass Leute das Thema in irgendeine bescheuerte Richtung lenken. Und wenn du dann anfängst, oh, die schwarzen Kreaturen sind aber viel stärker, ist das bei Menschen auch so? Lololololololol. Also, Eisfall, du weißt genau, was du da tust. Okay? Und dann braucht man sich auch nicht immer angegriffen fühlen. Du bist jetzt hier der Beleidigte, den ich angeblich verletzt habe. Du kannst dich auch einfach verziehen, wenn du, weißt du, du, ich habe hier gegen niemand irgendwas. Aber wenn jemand meiner Meinung nach sich dumm verhält, dann werde ich ihm das auch immer sagen. Und wenn dir das denn nicht passt, dann geh halt. Wie oft, wie schon dumme Leute hier im Chat hatten, die irgendeinen Scheiß geschrieben haben. Und das will ich einfach vorbeugen. Wo ist denn hier der Anführer der Mine jetzt? Habe ich was verpasst oder hast du ein neues Mikro? Ich habe das gleiche Mikro seit mehreren Jahren. Also, ich weiß nicht, warum ich anders... Bist du die Verstärkung von Lord Gerlach? Lord Gerlach sagte, es gibt ein Problem hier in der Mine. Also gut, pass auf. Einer meiner Männer hat bei einem Kontrollgang gesehen, dass die Steine, die den Eingang zum eingestürzten Stollen versperren, sehr locker über die Jahre geworden sind. Meine Männer verstehen nicht viel vom Umgang mit der Spitzhacke. Und die Sklaven trauen sich nicht aus Angst. Sie denken, dorthinter erwarten sie hungrige Minecrawler. Schnapp dir eine Spitzhacke und versuch du mal dein Glück. Heute klingt deine Stimme noch klarer als sonst. Vielleicht hast du dir einfach die Ohren mal gewaschen. Am Mikrofon liegt es auf jeden Fall nicht. Das ist das gleiche wie immer. Das Rode Broadcaster. Der ist klarer. Ist das nicht so eine App? Oh, Mann. Funktioniert nicht. Achso, das ist gar nicht hier. Ja, ist Klana. Das war der Witz. Frank, verstehst du auch nicht, was ich da... Muss ich das jetzt nochmal erklären, Frank? Wir sind hier im Internet, okay? Hier schreiben Leute aus ihrer Anonymität heraus den ganzen Tag dummen Scheiß. Bei uns im Chat oder hier auf dem Kanal hält es sich in Grenzen. Aber auch hier erlebe ich merkwürdige Dinge von merkwürdigen Menschen. Und wenn man das Thema mit irgendwelchen Scherzen in eine gewisse Richtung lenkt, dann kann sich der Chat auf einmal ändern und jeder macht dumme Witze. Und ich weiß, dass Eisfall das nicht böse meinte. Aber ich frage mich, warum man das schreibt. Und wir hatten solche Themen jetzt schon oft genug. Und ich weiß, dass hier manche Leute, die dann auch Dinge schreiben, oft genug dabei waren, um zu wissen, wie ich zu diesen Dingen stehe. Und wenn man dann noch sein Verhalten dann verteidigt, sag ich mal, ne? Und sagt, du bist selber schuld, wer das so sieht. Nein, du bist hier in meinem Chat und dann verhältst du dich bitte so, wie ich es von dir verlange oder du musst halt gehen. Und mir geht das auch auf den Sack, Frank. Aber ich will einfach Vorbeuge schaffen. Ich will hier einfach nur Gothic-Spielen, mit euch eine gute Zeit haben. Ich möchte gar nicht über sowas reden. Ich möchte hier diese Themen gar nicht aufgreifen. Ich will damit gar nichts zu tun haben. Aber irgendwo muss ich dann trotzdem drauf achten, was hier im Chat steht. Oder, ne? Weil sowas fällt dann nicht nur mir auf, sondern es fällt auch anderen auf. Und wenn ich Leute dann einfach drauf hinweise, dann hoffe ich, dass sie es verstehen. Aber in den meisten Fällen sind sie da einfach nur beleidigt. Hey, du. Weißt du, der YouTuber, der kann in jeder Form kritisiert werden und runtergemacht werden. Das ist in Ordnung. Hey, du. Da muss man sich alles gefallen lassen. Aber wenn man dann einmal zurück irgendwas sagt, dann ist es sofort... Man darf ja nichts mehr sagen, wenn du bist doch Kritik und Fehl. Erst mal Budla bestehen. Wo ist denn jetzt diese Stelle? Hey. Hey, du. Hey. Irgendwo hier ist doch diese Stelle, wo ich nochmal hacken soll. Ja, Taubsy, weil hier ist einfach weniger NPCs gibt. Da ist wahrscheinlich diese Stufe einfach erhöht worden, dass es schneller steigt. Den eingestützten Stollen von Stein zu befreien. Ach so, hier ist das. Hier ist das. Ohohohohoho. Ohohohoho. Ohohohoho. Gut gemacht. Ach, ein Richtiges wie weniger. Verdammt. Diese Biester scheinen sich über die Jahre im Stollen vermehrt zu haben. Das ist eine zu große Gefahr für die Mine. Jetzt, wo der Stollen wieder offen ist. Jemand muss in den Stollen und diese Biester vernichten. Du bist kräftig geworden in letzter Zeit. Ich denke, du bist der Richtige für diesen Job. Ja, Frank, die Sache ist, es gibt Kanäle, die sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Wenn man da sich im Internet mit irgendwelchen Leuten im Kommentarbereich oder im Chat oder sonst wo rumschlagen möchte und mit denen über Themen diskutieren will, dann kann man das ja gerne machen, aber bitte nicht hier. Und ich habe auch zu den ganzen Themen meine eigene Meinung, aber ich möchte hier nicht über diese Meinung mit euch reden. Weil hier geht es auf diesem Kanal nicht darum. Und ich denke, in Chats oder irgendwas oder im Kommentarbereich oder auf Twitter oder sonst irgendwo, sich mit Leuten im Internet auszutauschen, ist verschwendete Zeit. So, ihr alte Minne-Korveler. Oh, es sind auch ganz schön viele hier. Ich hätte mir ruhig so'n Tobi wieder als Hilfe mitgeben können. Damit du den auch noch tötest. Was soll denn heißen? Ich töte den, die Goblins waren das. Nee, das ist nicht der Held, der sieht noch aus wie der Held, Fio. Okay, heute ist der 1. April, deswegen glaube ich dir nicht, dass Lore ein Update bekommen hat. Aber wenn das wirklich wahr wäre, dann würde ich es wahrscheinlich in Bälde zocken mit euch im Stream. Erstmal was klumpen. Schau im Gothic Forum. Also wenn wirklich ein Update kam, jetzt zu Lore, weil wir vorhin noch darüber gesprochen haben, dann können wir das hier nachzocken. Weil das ist halt witzig, weil wir vorhin noch darüber gesprochen haben, deswegen dachte ich, das ist jetzt ein Scherz. Ein Mist wie weniger. So, sollten wir hier nicht noch irgendwo eine alte Spitzhacke oder so finden? Ja, das habe ich gesehen mit Odyssey, dass da Bilder veröffentlicht wurden. Aber das mit Lore ist mir neu und das ist halt echt eine coole Nachricht, weil wir eben ja noch, wie gesagt, darüber gesprochen haben. Ja, Zwucki, du kannst ja doch nett sein. Ich dachte jetzt, du willst mich veräppeln. A-Kack-Eiern. Die Minecrawler sind erledigt. Dann habe ich jetzt schon mal eine Sorge weniger. Hab Dank, Gadist. Wenn du das nächste Mal zu Lord Gerlach kommst, richte ihm aus, dass wir neue Butler hier in der Mine brauchen. Immerhin haben wir nun neue Erzhadern freigelegt. Das werde ich tun. Er unterbricht ihn einfach. Oh Mann, ey. So, wir sind auch wieder Level up. Nice, dann sind wir jetzt Meister aller Klassen. Ist das eigentlich was Neues vom PB? Also ich habe nichts mitbekommen. Wovon haben die da drin eigentlich gelebt? Und Erz. Die haben Erz gegessen. Meine Meinung will ja keiner... Hey du. Komm mal näher. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich für dich tun? Als sie den Weg in die Stollen aufgebrochen haben und die Minecrawler euch angegriffen haben, wollte ich natürlich sofort helfen kommen. Dummerweise haben das die zwei Arbeiter mitbekommen, die hier für gewöhnlich im vorderen Teil der Mine arbeiten. Sie haben ihre Chance sofort genutzt, als der Eingang unbewacht war und sind geflohen. Du musst sie zurückbringen, hörst du? Sonst bekomme ich tierischen Ärger von Igor. Hm. Wo sind die Arbeiter hingelaufen? Das weiß ich leider auch nicht. Wie gesagt, ich war nicht auf meinem Posten. Ich werde sehen, was ich machen kann. Noch mehr Ärger kann ich nicht brauchen. Wirklich? Damit würdest du mir einen großen Gefallen erweisen. Ich habe hier noch eine Teleportruhne. Wenn du die Arbeiter zurückbringst, gebe ich sie dir. Wieso gibst du sie mir nicht jetzt und dann komme ich schneller wieder zurück? Naja, dann suchen wir mal die Arbeiter. Aussage des Entwicklerteams. Hunderte kleine Fehler und Unschönheiten behoben, die in den letzten Jahren durch Spieler gemeldet wurden. Cool. Das freut mich richtig, weil ich habe Loa immer als eine richtig schöne Mod gesehen und wenn sie jetzt noch einige Dinge angepasst haben... Die hat ihre absoluten Stärken, sie hat auch ein paar Schwächen, aber wenn sie jetzt so Kleinigkeiten ausgemerzt haben, dann freue ich mich da richtig drauf, das Ganze nochmal zu spielen. Bestimmt sind die irgendwo auf dem Hof hier, oder? Kommen wir erstmal hier. Hey! Erstmal den Erik bestehenden. Was machst du denn für ein Gesicht? Warst du schon im Wald hinter meinen Feldern? Schwarze Wölfe treiben sich neuerdings dort herum und sie kommen den Feldern verdammt nah. Wir haben gestern einen erlebt. Zehe, wie es da? Und um einiges stärker als die gewöhnlichen Welten. Ich weiß wirklich nicht, wie ich meinem Hof noch Schutz bieten soll. Ich komme wohl nicht daran vorbei, jemanden anzuheiern. Ja, und warum heuerst du nicht mich an? Womit denn? Womit denn? Soll das wirklich so im Wald kommen, Shadow? Ich glaube nicht, dass das so bald kommt, oder? Haben die vielleicht jemanden gesehen? Hey! Hey! Ja, dieses Jahr ist ja noch ein bisschen hin. Vielleicht kommt es ja auch erst um Weihnachten rum, oder so. Aber es ist schön, dass noch viele Mods rauskommen. Das ist echt schön. Naja, die Arbeiter müssen dann ja irgendwo hier hochgelaufen sein. Nee, Shadow, ich weiß einfach, wie viel Arbeit das auch ist, weil ich ja mit vielen modernen Kontakt habe. Und deswegen, das ist gar nicht, dass ich nicht Vertrauen habe, sondern das ist einfach, dass ich einfach weiß, was für eine Heidenarbeit das ist. Aha! Ich wusste doch, dass hier jemand ist. Ich wusste doch, dass hier jemand ist. Wir wollen nicht mehr zurück. Weißt du, wer hier vor dir steht? Natürlich weiß ich, wer hier seid, ehrwürdiger Gardist. Dann weißt du sicher auch, dass ich gekommen bin, euch wieder zur Arbeit zu bewegen. Und das mit allen Mitteln. Aber wir werden schlecht behandelt und... Ich will die Ausrede nicht hören. Ihr werdet jetzt mit mir zur Miene gehen. Oder ihr könnt was erleben. Damit schaufelst du unser Grab. Komm mit, Ginas. Ja, Shadow, das ist so. Das hatte ich jetzt neulich wieder gesehen. Es kam vor... Ich weiß gar nicht wann das war. Vor ein paar Wochen, glaube ich. Da kam ne große Mod-Demo für Dark Souls 3 raus. Was da Leute auch wieder so in den... Was da Leute teilweise schreiben, ne? Diese Undankbarkeit für etwas Kostenloses in dieser Qualität, ne? Die haben nämlich in ihrer Demo schon 18 Bosse. Und dann schreiben Leute, das sind alles nur Wii-Skins. Und du denkst dir, Alter, boah, was ist los mit diesen Leuten? Weißt du, die haben halt Angriffsmuster für die Bosse genommen aus allen Souls-Spielen. Und haben die teilweise verknüpft und dann auch angepasst überarbeitet. Haben komplett neue Modelle und so für die Bosse gemacht. Und haben halt komplett neue Gebiete alles gebaut. Und dann kommen halt diese undankbaren Leute, ne? Deswegen, das ist halt so ein Punkt, den ich richtig am Internet hasse, dass diese Leute einfach auch dann teilweise so weit verbreitet sind und dass viele das dann so sehen, ne? Das ist einfach diese Undankbarkeit. Wollen wir dieses Fass wirklich wieder aufmachen? Ja, das ist einfach... Ich meine, das ist kein... Finde ich kein kontroverses Thema. Das betrifft ja auch Mods und auch Gothic und so, ne? Ob ich das Fass jetzt aufmachen will, weiß ich nicht. Weil ich finde das einfach... Mir ist es da aufgefallen. Achso, ich muss die doch hier anbringen. Ja genau, die Archdrones. Hey, du. Gott. Ich bringe dir die beiden Arbeiter zurück. Innus, sei Dank, du hast sie gefunden. Vielen Dank. Und was euch zwei betrifft, ihr könnt noch was erleben. Hier, du bekommst natürlich die versprochene Rune. Die Sache ist, wenn der Fokus dann immer eher auf das, was negativ oder vermeintlich nicht so toll ist, gelenkt wird und alles Positive wird einfach so getan, als wäre das selbstverständlich bei etwas Kostenlosen. Das ärgert mich dann schon, ne? Nein, äh, Joris, mit dem Internet hat das nichts zu tun. Das sind generell Menschen, das erlebst du auch im Alltag. Aber, von Angesicht zu Angesicht trauen sich die Leute dann eher weniger, sowas zu sagen. Und, da ja, im Internet aus der Anonymität heraus trauen sich halt dann mehr Leute auch ihren, naja, ihren Schmalz da in die Kommentarzeilen zu schreiben. Ich überlege gerade, wer als Kämpfer, als Schutz für den Hof in Frage kommen würde. Und, da ja. Das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. Du sitzt diesmal wieder auf der anderen Armlehne. Ich komme aus der Mine. Dann konntest du das Problem dort also lösen? Das freut mich zu hören. Was war los? Wir haben uns Zugang zu einem eingestürzten Stollen verschafft, in dem sich ein paar Minecrawler befanden. Und ihr konntet die Gefahr, die von den Minecrawlern ausging, beseitigen? Ja, mein Lord. Ich konnte die Gefahr bannen. Deine Taten sprechen für sich. Du bist auf einem guten Weg. Igor bat mich außerdem darum auszurichten, dass er neue Buddler benötigt, da nun neue Erzadern freigelegt wurden. Das werde ich veranlassen, sobald der Bote aus der Hauptstadt zurückgekehrt ist. Doch nun zu einem weitaus wichtigerem Thema. Der Ritter Johann ist letzte Nacht über den Pass gekommen. Er bat mich darum, ihm jemanden von meinen Männern als Unterstützung zur Seite zu stellen. Da dachte ich, vielleicht hast du ja Interesse. Johann müsste sich derzeit bei Gallus aufhalten. Wenn du ihm helfen willst, geh zu ihm. Habt ihr noch einen Auftrag für mich? Mich interessiert natürlich, warum Ritter Johann hier ist und warum er einen meiner Männer braucht. Deswegen möchte ich, dass du zu ihm gehst und herausfindest, was er hier sucht. Komm danach zu mir und berichte mir von seinen Absichten. Ja, Jan, ich finde die Map auch richtig gut. Hey, ich habe neulich eine Rune gefunden, doch ich kenne mich mit Rune nicht aus. Da dachte ich mir, vielleicht kannst du sie ja gebrauchen. Die eine Mod heißt übrigens Renovation, das ist aber mehr oder weniger auch noch eine Grafikmod. Aber ich habe auf dieser Modseite vorhin geguckt, Shadow. Da stand, man soll als Tipp sich von allen Seiten irgendwie gewohnten Spielstilen lösen und alles nochmal komplett neu entdecken. und die Mod ist sehr schwer und 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 und. So weißt du? Da stand eigentlich dann dabei, dass sie auch viel schwieriger ist als das normale Spiel und sowas. Gerne. Hier hast du sie. Vielen Dank. Alter Teleport. Verlesen. Oder wir reden von einer anderen Mod. Achso, ne, erweitert erheblich. Ja, das habe ich gerade übersehen. Ey, hört auf euch über die Bleche einmal lustig zu machen. Die Mod ist zehn Jahre alt. Da hat noch nicht jeder ein Mikrofon zu Hause. Manche mussten mit so einem selbstgebauten Dosentelefon aufnehmen. Lass uns mit dem Training beginnen. So, zwei Hand. Und jetzt meisterlich unterwegs. Nice. Ich überlege gerade, wer als Schutz für den Hof in Frage kommt. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Hey du, komm mal her. Mein Mod mit dem Astronauten. Es gab hier auch einen ähnlichen. Also der war nicht ganz so astronautisch wie der andere, aber er hatte schon die gleichen Züge. Ne? Aber viel zu schwer. Die, glaube ich, wird kein Spaß machen, die Mod. Ja, Shadow, aber anspielen können wir die. Genau wie wählen. Ne, nicht wählen. Ähm. Gilden. Ja? Ich brauche deine Hilfe. Es handelt sich um eine wichtige Angelegenheit. Und ich erwarte deine Unterstützung, Gardist. Ihr könnt auf mich zählen. Ein wahrer Mann der Garde. Hör zu. Wie du weißt, regierte König Meeren vor König Roth in das Land. Zu seiner Zeit gab es eine Kriegergilde, welche über mächtige Artefakte verfügte. Nach intensiven Nachforschungen soll sich eins davon hier in Ostergard befinden. Wie das Artefakt aussieht, weiß ich aber leider auch nicht genau. Fest steht nur, dass es wahrscheinlich an einem Ort ist, der schon seit Jahrzehnten unerforscht ist. Hast du irgendwo hier in Ostergard schon einmal so einen Ort gesehen? Gilden hat mir gar nicht gefallen. Aufgehört nach zwei Stunden. Ja, mir auch nicht. Aber ich meine, das anzuspielen ist trotzdem interessant. Wegen eurer Suche. Ja? Hast du so einen Ort gefunden? Ich habe unterhalb des Weidenplateaus eine alte Höhle gefunden. Goblins hatten dort ihr Lager. Es gab tief in den Höhlen ein Gitter vor einem Stollen, der tiefer in den Berg hineingeführt hat. Ich konnte es aber nicht öffnen. Das ist eine Spur, der wir nachgehen müssen. Falls wir das Gitter geöffnet bekommen, müssen wir auf alles vorbereitet sein, was uns dahinter erwarten könnte. Rüste dich also gut mit Heiltränken aus. Wir treffen uns dann am Eingang der Höhlen. Nice. Gilden waren mir halt auch zu absurd schwer, aber das anzuspielen weiß ich nicht. Also anspielen kann man ja alles, ne? Wo warst du so lange? Ich habe einen neuen Auftrag. Warum atmest du immer so in dein Mikro? Mikro. Was ist mit meinem Gold für den Blutkelch? Es gab Schwierigkeiten mit dem Auftraggeber. Ich habe ihm aber deutlich gemacht, dass mit mir nichts zu spaßen ist. Und das Gold? Hier hast du deinen Anteil. Man hört die doch richtig schmatzen immer. Nach Vulcanoquest ist eh alles schlecht. Ja, es ist so. Vulcanoquest, bester Mod. Von welchem neuen Auftrag sprichst du da? Du kennst doch sicherlich die drei Großbauern hier in Ostergard. Sie haben alle einen wertvollen Gegenstand in ihrem Besitz, den du zu mir bringst. Was sind das für wertvolle Gegenstände? Das weiß ich leider auch nicht genau. Es sind aber besondere Gegenstände, die schon über mehrere Generationen vererbt worden sind. Ich komme mir aber nicht auf die Idee, irgendeinen Silberteller oder sowas zu bringen. Also gut. Ich schaue mal, was ich bei den Bauern so finden kann. Wegen der wertvollen Gegenstände. Hast du sie etwa gefunden? Ich bin noch auf der Suche. Aber warum kann ich nicht einzeln abgeben? Lass dich bloß nicht erwischen. Shit. Ah, doch. Ah. Ein mit Ornamenten verziertes Schwert. Dieses Schwert ist ohne Zweifel sehr viel wert. Das Funkeln der Ornamente gefällt mir. Eine Perlenschatulle. Ja, in der Tat. Das ist eines dieser Erbstöcke. Hier diese Sprachausgabe. Eins fehlt da noch. Dann müssen wir wohl noch bei dem Bauernhof da oben schauen. Sag mal. Ja? Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dann lass mal hören. Hans hat mir eine neue Aufgabe gegeben. Ich soll nun langsam anfangen, Rüstungen herzustellen. Doch ich soll mir eine komplett neue, noch nie dagewesene ausdenken. Ich habe mal in einem Buch gelesen, dass die Platten von Minecrawlern sehr guten Schutz bieten sollen. Also, warum sollte man sich das nicht zunutze machen? Worauf willst du hinaus? Naja, wenn du mir ein paar dieser Platten bringen könntest, würde ich versuchen, dir eine Rüstung davon herzustellen. Ja, du kommst früh. Das klingt interessant. Ich werde mal sehen, was ich tun kann. Großartig. Ich denke, 20 Platten sollten ja schon sein. Ja, geil. Ich habe gerade Minecrawler ohne Ende umgeklatscht. Warum hast du das denn nicht vorher gesagt? Ich habe hier ein paar Fälle für dich. Schafsfell? Du hast doch nicht etwa bei einem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlachtet? Doch. Würde mir im Traum nicht einfallen. Wolfsfell. Das ist gut. Oha. Sogar das Fell eines Schattenläufers ist eine Menge wert. Gute Arbeit. Wenn du wieder welche hast, komm zu mir zurück. Oha. Kannst du überhaupt Platten ziehen? Natürlich nicht. Als ob ich sowas lerne. Hast du Interesse an einem neuen Job? Um was geht es? Naja, die Sache ist etwas komplizierter. Brauchst du nun meine Hilfe oder nicht? Ja doch. Doch ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Nun spuck es schon aus. Also gut. Ich habe die Vermutung, dass ein Bauer von Damian sich nicht an den Vertrag hält und illegal Alkohol hier in Uchaa verkauft. Das ist ja auch schlimm. Ich brauche Informationen. Hast du noch etwas für mich? Ich habe gehört, dass Hans das Erz ausgeht, weil er keine Waren mehr aus der Hauptstadt bekommt. Er zahlt bestimmt gut für jeden Erzbrücken. Von was für einem Vertrag sprichst du da? Es besteht ein Vertrag zwischen Morganes, den Bauern hier in Ostergaard und mir. Es gab damals einen Streit über die Alkoholrechte hier in Uchaa. Also haben wir uns zusammengesetzt und beschlossen, dass Morganes alle Waren der Bauern abkauft und mir den Alkohol günstiger weiterverkauft. Wie kommst du darauf, dass es ein Bauer von Damian ist? Es sind unregistrierte Weinflaschen aufgetaucht und der einzige Weinbauer in Ostergaard ist Damian. Zwar weiß ich auch, dass Alma auf dem Hof von Timo gelegentlich Schnaps brennt, aber der ist aus Getreide hergestellt. Was genau soll ich machen? Finde heraus, wer dahinter steckt und wie die Flaschen in die Stadt gelangen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es einer von seinen Bauern ist. Ja, alles klar. Dann schauen wir mal. Haben ja sonst nichts zu tun. Und hallo Gianluca und alle anderen. So, äh... Ja... Das müsste ich erst mal lernen. Ja, wir brauchen noch ein bisschen bis zum nächsten Level ab. Hat eigentlich jemand Äpfel? Ich brauche noch ein paar Äpfel für einmal Stärke. Wer sagt denn sowas? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich möchte etwas kaufen. Oh, die hat Äpfel. Wer sagt denn sowas? Ich bin schon. Da ist er. Der eine Stärke Punkt. Und das wird noch viel schlimmer. Aber ich glaube... Ja, da fehlen noch 10. Oh nein. Haben wir eigentlich schon Stärke-Gürtel? Ja, haben wir. Oh, wir haben einen Stärke-Ring? Moment mal. Vielleicht noch jemand einen Stärke-Ring? Du? Ach, erzähl mir nicht sowas. Lass uns handeln. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das ist mal wieder typisch. Stopp. Ich hab was anderes gehört. Welchen YouTube-Content siehst du dir eigentlich an? Kannst du selbst bei deinem eigenen Out-Out-Out? Output meinst du wahrscheinlich. Gothic anschauen? Also, so Sketche und so guck ich mir gerne an. Auch von Gothic, ne? Wenn jetzt mal die anderen Gothic-Youtuber was machen. Oder zum Beispiel jetzt als Kurga hier die Gothic-A-Prequest-Story gespielt hat, da hab ich reingeguckt, weil mich das selber nochmal interessiert hat. Weil ich ja so viel bei der Sprachausgabe mitgeholfen hab und so. Ähm, ansonsten schau ich aber eher andere Games. Zum Beispiel, ich gucke viel einen schwedischen Streamer Elias. Die mag ich sehr gerne. Und ansonsten auch einfach mal querbeet so. Ähm, weiß nicht, ob mal Balkon rein in die Streams. Einfach oft beim Essen einfach, ne? Schau ich mir ja irgendwas an. Darf ich eure Waren sehen? Nee, nee, du kannst zwei Ringe tragen. Das weiß doch inzwischen jener. Ich könnte mir die Stärke-Dings kaufen. Sollte ich das tun? Und ich könnte bestimmt noch, warte mal, ich kann doch Erz verkaufen an den Hans. Dann haben wir doch bestimmt genug Geld. Das hab ich schon immer gesagt. Mal diese ganzen Sachen, die auch machen. Wer sagt denn sowas? So, eigentlich kann man zwei Ringe tragen. Hier ist das auch so, ja. Ich habe gehört, dass du Erd suchst. Ja, verdammt. Wir bekommen ja keine Ware mehr aus der Hauptstadt. Und die Mine im Talkessel hat ihre besten Tage schon lange hinter sich. Wenn das so weiter geht, kann ich die Schwerter bald aus Holz schnitzen. Kann ich dir Erz verkaufen? Hm, das ist zwar noch keine richtige Lösung für mein Problem, aber immerhin schon ein Anfang. Ich zahle dir einen besseren Preis als alle anderen Händler hier in der Stadt. Ich möchte Erz verkaufen. Ah, darauf habe ich gewartet. Gute Arbeit! Wenn du noch mehr Erzbrocken findest, bring sie mir. Grüßt! Der bezahlt aber gut. Da kaufen wir uns jetzt die... Die Stärketränke. Darf ich eure Waren sehen? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist doch kein Geheimnis mehr. So, drei. Das ist mal wieder typisch. Ähm, geschickt hat er nicht, ne? Er erzählt alles weiter. Er erzählt alles weiter. So, jetzt ist Zeit für... Ein Stärkepunkt fehlt jetzt noch. Er erzählt alles weiter. Wie will ich denn einen Stärkepunkt jetzt her? Ach, erzähl mir nicht sowas. Ich glaube, ich brauche noch ein Starkbier. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich brauche noch ein Starkbier und dann bin ich stark. Das wäre geil. Aber ich glaube, das schaffe ich noch nicht. Na warte, du dreckiger Dieb! Hm. Da fehlt aber, glaube ich, nicht mehr viel. Oder wir bräuchten noch einen Stärkering. Darkbier macht dich wirklich stark, dieser Mod. Wie geht's? Lass ich. Die Geschäfte laufen gut. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Diese Sprachausgabe so geil. Oh man. Ja, keine Ahnung. Ja, der Ton. Ich habe mich gerade auch erschrocken. Wenn man Kopfhörer anhat, dann haut das einen weg. Oh man, ey. Wir müssen bei diesen Bauern noch irgendwas klauen. Ich könnte vielleicht auch eine Drachenwurzel essen, aber... Vielleicht sollte ich das auch lassen. Ja, okay. Keine Sprachausgabe. Das hat er auch schon vorher gesagt. Hm, hier gibt es auch nicht noch einen geheimen Schuppen oder so, ne? Oder ist hier vielleicht was verbunden? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ah, okay. Der goldene Inno-Stator, okay. Warum treibst du dich auf einem Land rum? Hey, du! Bittre? Sollte er vielleicht Hirte heißen? Weißt du etwas über einen wertvollen Gegenstand, den Albrecht besitzen soll? Ich wüsste bestimmt etwas. Wie viel willst du? Naja, 100 Goldstücke sollten es schon sein, damit ich dir sage, was ich weiß. Ich komme auch anders an die Informationen. Ganz wie du meinst. Hallo. Ah, ein neues Gesicht. Was verschlägt dich nach hier oben? Ich bin neu hier und erkunde ein wenig die Gegend. Na, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Was gibt es hier zu säen? Na, dann stell dich doch einfach mal vorne an den Rand der Klippen und genieße den Ausblick. Was ist deine Aufgabe? Ich bin Hirte und versorge meine Schafe. Wenn sie groß genug sind, verkauft Albrecht sie in der Stadt. Wie geht es deinen Schafen? Das Gras hier oben ist schön saftig und frisch. Sie wachsen schnell. Die Schafe wachsen schnell? Gut, dass du kommst. Ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Ja, genau. Eines meiner Schafe ist letzte Nacht verschwunden. Du musst es finden und zu mir zurückbringen. Ich bekomme sonst höllischen Ärger. Ich würde es auch selber machen, aber ich kann hier nicht weg. Würdest du mir helfen? In Ordnung. Oh, vielen Dank. Ich gebe dir dafür eine Spruchrolle, die Wunden heilen kann. Auch emotionale, seelische Wunden. Hallo Schmierlaus, dir auch frohst dann? So. Wir waren doch im letzten Stream, hier. Wir haben Wölfe umgehauen. Oh, ich höre Wölfe. 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 Alter, ist so geil jetzt. Zwei Endmeister. Alter, Puschel. Komm mit. Nice. Ja gut. Ich hatte schon vermutet, dass das hier in der Höhle ist. Komm her, Puschel. Guten Abend, Snow. Guten Abend auch an alle anderen. Junge, Puschel ist richtig schnell. Guck mal, wie Puschel hüpft. Guck mal, wie Puschel hüpft. Höhle im Wald. Es sah so aus, als wenn es sich vor Wölfen versteckt hatte. Bemerkenswert. Das zeigt doch wieder einmal, welch schlaue Wesen diese Schafe sind. Hier hast du deine versprochene Spruchrolle. Danke. Wie geht es deinen Schafen? Das Gras hier oben ist schön saftig und frisch. Das ist doch schön. Ja, dann haben wir jetzt auch alle wertvollen Gegenstände. Warte mal, hatte ich eigentlich gerade meinen Dingsring an? Als ich den Taschendiebstahl gemacht habe. Vielleicht reicht das ja. Aber ich weiß es auch nicht. Oh, hier sind noch viele Keiler. Aber jetzt sind wir am Meister. Jetzt traue ich mich. Oh, ich gritte trotzdem nicht. Oh, ich gritte trotzdem nicht. schlafen sind schauer wie der hirte wie als der hirte und der heißt gar nicht hier der ist hittre oh shit hier sind viele schweinchen gar nicht mal so knapp ja ripp nix da ripp rippchen gibt es zum essen schweine rippchen wo ist das vertrauen hier gibt es ja auch äste nach ästen suchen guck mal wieviel hier liegt ich hab das gar nicht gesehen da ist noch ein bisserer arm pusht erstmal den cheat locator anmachen guck mal hier wer hat 20 euro einmal im wald 20 euro haben wir nicht haben schon überlegt was du nach dem wappen streamst wenn schon du warst doch gerade im stream die ganze zeit oder hast du etwa schon vergessen dass wir gerade schon darüber gesprochen haben wir haben doch gesagt wir spielen lore weil jetzt ein update kam das können wir uns nicht entgehen lassen aber ich hab doch gerade geschlafen jürgen wegen der wertvollen gegenstände hast du sie etwa gefunden hast du sie etwa gefunden eine vergoldete innos statur innos schon damals haben sie ihn verehrt deshalb sind auch solche relikte aus alter zeit heute ein vermögen wert das waren alle wettvollen gegenstände gut gemacht du bist als die wirklich zu gebrauchen ich versuche den kram in den nächsten tagen loszuwerden warte mal kurz ich wollte dir noch deinen anteil geben das war wirklich gute arbeit ich melde mich sobald ich was neues habe und bitte ich habe doch gesagt dass ich zu gebrauchen bin wohl wahr das kommt uns allen nur zugute bitte melde dich nicht mehr bitte melde dich einfach nicht mehr der schmatzt mir zu viel ins ohr kein elix 2 elix 2 spiele ich nur privat ganz viel weil es mir so viel spaß macht soo ich brauche einen stärkepunkt hey du ASMR Rimbo ASMR Rimbo ASMR Rimbo ASMR Rimbo ASMR Rimbo ASMR Rimbo ist schwierig auszusprechen alle Äpfel gekauft ja leider ja oder müssen wir mal den bösen Dieb stehlen Alkoholdieb stehlen auf der auf die Spur kommen shit da ist ein Waag stimmt der Waag darf nicht mitkommen shit der Waag kommt auch nein nicht der Waag das ist voll fies ein Waag zu Wildschwein zu stellen weil der Waag identifiziert sich in Gothic auch als Wildschwein oh ja er kommt jetzt alleine ok hmm hmm ein Wild Waag hier sind überall Waage bei den Schweinen immer diese Schweine die sich mit Waagen verstehen oh shit hat nochmal gut gegangen ein Mann Bär Waag der auch der Modmacher kennt dich wohl tatsächlich also jetzt nicht so auf freundschaftlicher Ebene aber wir haben schon hier und da mal hin und her geschrieben und der ist auch hier ab und zu mal im Chat aha Alma ein Mann ich habe gehört du stellst Alkohol her naja hin und wieder versuche ich mich mal daran was manchmal klappt es manchmal nicht lass mich einen Blick auf deine Waren werfen hmm hmm sieht gefährlich aus der jetzt gedübelt weil er erst April ist ja er wusste das naja hallo Tyralon hallo auch an alle anderen aber wir müssen zum anderen Hof oder ich bin auch erst zum Hof erst zum Räder ach komm wir gehen erst zum Hof ich könnte jetzt vielleicht auch die ganzen Warane da oben noch verprügeln ja Zwoki das Problem kenn ich wenn du etwas knuspriges isst und dann nichts mehr hörst weil du einfach zu viel knusperst hey du sag mal Damian wie funktioniert das eigentlich mit der Weinherstellung also ich meine so ein großer Hof wie deiner muss doch sicher gut strukturiert sein hier hat doch sicher jeder seine Aufgaben oder dafür hat sich wirklich noch nie einer interessiert aber du hast recht hier haben alle ihre festen Aufgaben erzähl mir mehr darüber nun ja es fängt mit der Arbeit der Bauern auf den Feldern an sie sorgen mit ihrer Arbeit für eine gute Ernte wenn die Beeren dann reif sind kommen sie zu ihr Regenstil sie machen daraus dann den Saft der Saft kommt dann in das Lagerhaus und dann folgen einige Prozesse die ich aber nicht preisgeben werde naja und Rafa ist unser Lagermeister er sorgt für die richtige Lagerung des Weins ah verstehe ich denke das war alles was ich wissen wollte was ich natürlich noch erwähnen muss jede Lieferung die meinen Hof verlässt kontrolliere ich persönlich und versehe sie mit meinem Siegel so so dann müssen wir wohl mit Rakba reden Rakba Lodbrok ja Marius machs gut Jorgenso du bist der Gothic Goat ich bin die Gothic Ziege was hey du der Gothic Ziegerich wo ist denn Rakba bist du aha hey sag mal Rakba du füllst doch die Flaschen ab oder? warum willst du das wissen? ich würde gerne einmal dabei zugucken ach ich habe hier schon genug zu tun dafür habe ich keine Zeit wer könnte es mir noch zeigen? niemand ich bin der einzige mit einem Schlüssel für das Lager und jetzt verschwinde ich habe zu tun oh verdammt schwierig wäre es den Schlüssel zu stehlen jetzt jetzt wie? ich kann den Schlüssel gar nicht so stehlen jetzt sag ich auch immer wenn mich jemand haut kann mir einer von euch nicht helfen? hm wie soll ich denn so viel Geschick bekommen? wie? wie soll das gehen? womit denn? womit denn? womit denn? ja womit denn? wir sollen das irgendwann später machen schlecht einfach schlecht nicht hey du ich habe hier holz für dich dann zeig mal her hier hast du dein versprochenes gold endlich wieder holzgeld ein guter Astkurs läuft einfach ja gut dann gehen wir jetzt mal zum Ritter weil wenn du dich schick machst für den Lagerschuppen oder für Rackbar hm da ist ja auch noch eine Hütte vielleicht gehen wir doch erst nochmal da runter ich lege mich mit allen Varanen an diese Hütte sieht interessant aus da waren wir noch nicht für Geschick ich verstehe den gerade nicht mal irgendwie Gesichtsdeformation hm hier komme ich nicht lang hier war doch der super geheime Weg den niemand von euch kennt so warernchen guck mal her ich bin stärker geworden so warernchen guck mal her aber ränchen beißen auch immer noch gut zu die aussicht war eben richtig schön also ich finde diese map richtig geil gestaltet ja gespannt ob man dann in der hauptmod auch diese map noch besuchen kann und die sich dann verändert hat oder ob es was ganz neues gibt wir machen es mir auch gar nicht einfach ich habe keine infos bekommen meinte nur dass er sich bei mir meldet wenn er der neuigkeiten halt bezüglich sprachausgabe hat weil ich sollte auch ein charakter vertonen aber ich weiß nicht welchen charakter da sitzen typ aller lästige blutfliege lästige biester alter ein ring stärkerin stärkerin in der krieger ein trank der geschicklichkeit es ist konga hey hey was verschlägt dich nach hier oben ich schaue mich nur mal um lass dich von mir nicht aufhalten was machst du hier so alleine hörst du das nein ich höre nichts genau das ist der grund weshalb ich mich hierher zurückgezogen habe ich verstehe er unterbricht ihn einfach was gibt es denn hier oben zu sehen nicht wirklich viel weiter hinten befindet sich noch eine bergfestung wenn ich du wäre würde ich da aber nicht hingehen der tod erwartet dich dort ah danke für den hinweis wie das war es wenn ich dich so angucke da hätte ich eine bitte um was geht es denn dort hinten auf dem hügel sind ein paar dieser lästigen blutfliegen sie sind so flink zu könntest du sie für einen alten erledigen mich oh man ich werde mal schauen was ich machen kann die blutfliegen werden dich nicht mehr belästigen hast du diese biester erledigen können endlich habe ich wieder eine ruhige nacht ich habe hier noch ein altes buch vielleicht kannst du es ja gebrauchen habt dank alter man oh ist ein wissensbuch alter nice ist aber nett das bestätige ich dich jetzt auch aber schöner das hier was gibt es hier oben zu sehen mich oh schönes wetter schönes wetter heute schnell stärke lernen oder minecrawler platten falls ich noch minecrawler finde überhaupt das ist halt die frage oder stärke und minecrawler platten ziehen schön im takt also ich habe nicht beim jäger geguckt ob der einem das beibringen könnte ob sie deswegen weiß es nicht schön düster hier oh nein er hängt fest oh das macht ja nicht so viel schaden mal gucken wer auch so dumm ist mal gucken wer auch so dumm ist shit und level up nice können wir noch mehr stärke lernen schön 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 kommen sie bitte her das war so schlecht gerade ne ich dachte ich mach mal stylische drehungen oder noch mehr minecrawler platten ziehen alter so doppelte die doppelte ziehung kannst du aus einem minecrawler 20 platten ziehen was ist das eigentlich für ein waranwald hier warum sind hier so viele waränschen waränschen mehr waränschen als mir lieb sind naja mittlerweile sind wir am meister glücklicherweise oh shit was haben wir hier oh shit warum hat er eine laufattacke gemacht vermute mal wenn du mit dem ritter los gehst in die höhle oder andere orte wirst du gegen einen oder anderen krieger kämpfen müssen bis dann solltest du platten ziehen können weiß ich nicht ich kann mich nicht daran erinnern wir könnten Eiswelle haben wir nochmal Eiswelle ist ein bisschen oben overkill was ist denn mit angst okay er ist nicht der richtige kandidat für angst glaube ich es sei denn kann ein untote überhaupt angst haben runen macht runen macht he he jetzt läuft er da zum bauernhof und tötet alle aber hauptsache wir haben unmacht auch nicht schlecht wo ist der wirklich also der ist wirklich jetzt irgendwo scheiße ich glaube das hat er wirklich getan okay ich dachte weil hier ist ja direkt der bauernhof komme ich von hier oben ins lager ich komme wirklich von hier rein oh wie cool wichtiger hinweis das ist ja cool das ist ja mega nice die Nachfrage an Wein in der Stadt ist riesig bringe nächstes mal fünf Flaschen mehr mit ich hole es mir dann wieder nachts zur selben Uhrzeit am Austauschplatz ab pass auf dass dir niemand folgt ha hm ok 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 ist halt die Frage wann nachts womit denn also das ist sowas ist halt wirklich nice ne wenn man halt einen alternativen Weg beschreiten kann hey was willst du hier der Varan steckt mit den Wein brauern unter einer Decke warum sag ich eigentlich Weinbrauer macht gar keinen Sinn der Weinbauer der heißt der wirklich Weinbauer oder hat er sich selber Weinbauer nicht sogar genannt auf das ist her was bei 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 Es gibt so viele Varenschen. Kommst du eigentlich nochmal auf Untold Chapters? Also, ich mache mir nicht viel aus dem Online-Multiplayer. Ich habe es schon öfter gesagt. Natürlich ist das wahrscheinlich nicht umzusetzen, aber wenn das zum Beispiel Voice-Chat hätte, dann würde ich das einmal die Woche mit Sicherheit spielen. Aber so wie das ist, nur mit dem Chat und so. Ja, es reizt mich halt wenig und es gibt genug andere Gothic-Sachen, die ich noch machen möchte. Okay, da sind sehr viele Undolde. Bösen Undolden. Hm, sind das niedere Skelette? Hm, sind das niedere Skelette? Zack. Zambi? Die Festung sieht nice aus. Frage ist nur, wie man dieses Tor da aufkriegt. Ich meine, so das ganze Online-Gedöns von Gothic ist ja schon auch interessant, ne? Also, aber ich weiß nicht, also diese, ich schätze mal schon diese Langatmigkeit da, um etwas zu erreichen auf diesen Online-Servern. Die würde mich, glaube ich, ein bisschen abschrecken. Und, äh, naja, einfach wie das aufgebaut ist, ne? Kann ich hier buddeln? Hier, vielleicht, buddeln. Ah, ich glaube, über diese Kletterpassage komme ich darüber, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe das schon mal irgendwann erzählt, aber das einzige Online-Spiel, was ich wirklich gespielt habe für einen längeren Zeitraum, war Silk Road Online. Kennt das noch jemand von euch? Oder war ich ein kleiner, kleiner Teenie-Boy? Ja, diese Quest waren geil. Töte 1500 von irgendeiner Sorte von Viechern. Oder sammle 500 Sachen ein. Ey, was soll das? Da gibt es aber keinen Crit mehr. Wir sind in der Festung. Die Frage ist, was ist noch in dieser Festung? Ein Zambi. Vielleicht kommt noch Metin 2. Also Metin 2, ich habe das nie wirklich gespielt. Das einzige Online-Spiel, was ich mal gespielt habe, war, wie gesagt, Silk Road. Und damals ging das auch nur bis Stufe 80 und ich habe ohne Bot bis Stufe, glaube ich, 64 oder so. Ne, ich glaube, 72 war ich. Und ja, also ich habe dann, ich habe mir da auch nie was gekauft oder so. Ich habe halt wirklich die ganzen Quests gemacht und mich mühselig hochgelevelt. Dann fragt man sich am Ende, wofür überhaupt. Und dann irgendwann habe ich nochmal angefangen, auch so, aber dann mit Bots. Und dann, der Bot war immer so, du hast den Bot eingestellt, hast so eine Route gemacht, damit der selber leveln geht, quasi. Und was ist passiert? Am nächsten Tag bist du aufgewacht, hast geguckt, wie viel der Bot geschafft hat. Er hat nichts geschafft, du lagst halt irgendwo tot. Hast du noch Minus-Erfahrungen gemacht. Ja, die guten alten Zeiten, die guten alten Zeiten, wo man irgendwie 13, 14 war. Wenn wir diese Zombies schaffen, dann können wir auch vielleicht in die andere Zombie-Ruine gehen, die wir mal im ersten Stream gesehen haben. Machen ja gar nicht mal so wenig Schaden. Ich habe nur Angst, dass hier gleich noch irgendwas Härteres auf uns lauert. Okay, Frank, das ist echt witzig. Nee, nee, Fallon, das haben wir auch gemacht. Zusammengezockt, Abwechsel gezockt. Auch immer geil, sich am Wochenende zu treffen, wenn man dann länger wach bleiben durfte. Die Ruine ist schon crazy. Wenn ich sterbe, darfst du nie gestorben. Ich finde halt, so ein Dark Souls bietet sich dafür gut an, ne? Wobei, bei Gothic geht das auch, da steht man ja auch relativ häufig, wenn man so spielt wie ich. Oh, ein Buch des Wissens. Was? Erkunden wird belohnt. Nice. Aber nur drei Lärmpunkte? Ich verstehe. Was? Was soll das? Gothic Souls-Mod gibt's doch. Returning. Da ist er. Moin Sky. Wie sieht's aus, alte Seele? Oh, soweit ganz passabel, wie immer. Und selbst. Das Gesetz der Insel. Aber das kennen wir doch, oder? Einfach Wassermagier spielen, dann ist Returning Easy Mode. Ja, ich meine, ich habe Bogenschütze gespielt. Das war jetzt auch nicht heftig schwierig, ab einem Punkt. Ich konnte ja auch so gut wie alles cheesen. Ich glaube, einige Bosskämpfe waren halt sehr schwer, aber... Ja. Irgendwann spielen wir Returning nochmal. Geh weg! Shit, ich kann ihn nicht anvisieren. Ey, ich kann ihn nicht anvisieren. Alter, ist geil, du... Dass du immer noch Dolina Zombie spielst, ne? Also mir tust du ein bisschen leid, dass du das so lange durch... ...machen musst. Weil Dolina Zombie ist so ein interessantes Setting, aber es war auch so langatmig. Ja, also... Bis Midgame fand ich es auch noch gut, aber danach war es wirklich so merkwürdig. Ich hoffe, das kriegt irgendwann nochmal ein Update, wo sie solche Sachen anpassen. Oh ja, ich bin gerade auf eine spontane, grandiose Idee gekommen. Anstatt von Dolina Zombie machen wir Dolina Harpie. Dolina Harpie. Und dann sind überall alle Gegner Harpie und die schreien halt den ganzen Tag so laut. Oh, das wäre wahnsinnig gut. Ja, Sky, das glaube ich hier, dass du keine Lust mehr hast, dass... Ja, aber cool, dass du es trotzdem durchgezogen hast. Ich habe auch nicht vergessen, wir wollten ja noch... ...irgendwann auch hier Live-Podcast machen, Sky zusammen. Wo wir über irgendwas quatschen hier. Zum Beispiel über Dolina Zombie. Ja, diese Disco-Höhle, die war auch verdammt schwer bei Dolina. Aber das war schon ein halber Fiebertraum. So, was ist das denn hier jetzt Schönes? Irgendwie das Gefühl, dass wir hier noch nicht sein sollten. Was steht denn in diesem Buch? Ach, ich kann da sogar reingucken. Nee, doch nicht. Live-Podcast, währenddessen wird Dolina gezockt. Ja, das wärs. Ist hier noch irgendwie was Geheimes? Unten ist noch irgendein Gegner. Und noch irgendwann ein X oder Skothic 3. Also an mir soll's nicht liegen. Also bis Risen 1 würde ich das auf jeden Fall noch mitmachen. So, hier waren wir überall. X vs. Elex 2 kommt niemals. Kannst du schön selber machen, Erich. Kannst du dich selbst x mal daran erinnern, wie gut dieses Spiel ist? Null-Vers, Elex 2, ja. Und manchmal machen wir diese einfachen Jokes einfach fällig. Mein Humor ist kaputt. Ja, dann haben wir ja die Festung erfolgreich erkundet. Fünf gegen Gandalf. Heißt das nicht fünf gegen Willi? Oder ist das, wenn Willi alt und grau wird? Kann man dafür nicht einen Trailer machen, weil einfach keiner wirklich Lust hat, das umzusetzen? Was meinst du jetzt? Null gegen Elex 2? Mein Humor war nach dem Video kaputt, als ein einfaches Stück Toast aufrecht stand und umfiel. Okay, da musste ich aber auch lachen bei diesem Video, als ich das das erste Mal gesehen habe. Da musste ich auch lachen. Ja, Sky, das müssen wir dann richtig heftig auffahren. Extra hier irgendwie Hansjörg Karrenburg oder Bodo Henkel buchen. Dann soll er das einsprechen. Jetzt bald! Null! Gegen Elex 2! Und dann sagen wir das niemand und blenden einfach ein Bild von Kurga ein. Auf so einer Elex Citron Rüstung. Heute wäre der beste Tag für einen Elex 2 Trailer gewesen. Ja, das stimmt. Hey, du! Sehr gut. Dann müssen wir jetzt bis zur Nacht warten und dann gucken, ob er irgendwo hingeht. Zero Waze Elex 2. Zero heißt das. Zero. Wann geht's los? Ja. Da würden einige fragen. Aber stimmt. Also, wenn, dann muss heute noch jemand einen Trailer machen. So, bis wieder Nacht. Kennt der hier noch dieser Tübi? Nee. Das ist halt die Frage, wo der jetzt ist. Hä? Haben die gar keine Betten? Wieso sitzen die denn hier bis spät in die Nacht? Hm. Wo könnte der Treffpunkt sein? Das muss ja irgendwo auf dem Weg zur Stadt sein. Wieso heute war. Heute ist der 1. April. Oder? Ja, Sky. 2. Ach. Es gibt Dinge, die braucht man auch nicht so als wichtig erachten. Und der 1. April ist eins davon. Da ist doch jemand. Aha. Hey. Hey. Muss ich irgendwie warten, bis er sich mit jemand trifft oder so? Wo ist meine Fackel? Hallo? Agba? Warte mal. Entweder ist das verbuggt oder ich muss warten, bis einer kommt und das abholt. Wir warten hier ganz unauffällig hier oben. Direkt Flashbacks von gestern. Stealth Mission mit dem Assassin in Kingdom Come. Gestern hatten wir eine Stealth Mission. War das nicht davor der Stream? Achso. Ja, ja, ja. Wo ich vor der Tür warten musste. Ah, okay. Ja. Stimmt. Stimmt. Und ich habe dem Typen auch vertraut. Und ich Depp. Oh Mann, ey. Guck mal, in dem Fall hätte ich den wirklich abstechen sollen. Aber habe ich nicht gemacht. Dann bin ich einmal nicht falsch. Falsch. Da kommt jemand. Ach nee, es ist der Fischmann. Der Hallwurfer-Schnitt. Wie sieht es aus mit Freilachquatschen? Jetzt kommt ein Freilach. Ich muss gerade überlegen, ob da irgendwas war. Aber ich glaube nicht. Ne, das müsste eigentlich gehen. Können wir einen Live-Podcast machen, wenn du Bock hast. Schrott-Gast. Schrott-Gast. Du steckst also dahinter. Ich? Nein. Also, ich kann das erklären. Du brauchst nichts mehr zu erklären. Ich habe alle Beweise, die ich brauche. Dafür wanderst du eine lange Zeit in den Knast. Nein, bitte. Hab Erbarmen. Nenn mir einen Grund, warum ich dich verschonen sollte. Ich gebe dir ein wertvolles Buch, das dir ermöglicht, neue Sachen zu erlernen. Okay. Also gut. Wir haben uns nie gesehen. Vielen Dank. Ich hatte einfach keine andere Wahl. Ich... Ja, ja. Schon gut. Erspar mir dein Gefasel und rück das Buch heraus. Natürlich. Hier. Sehr gut. Und ab jetzt wirst du ein anständiges Leben führen. Klar? Natürlich. Natürlich. Ja, aber ich habe doch jetzt gar nicht seinen... Okay, die Quest ist jetzt gescheitert. Moment mal. Nur zwei Lernpunkte? Zwei? Verstehe. Ja. Das ist ja mal mega gammelig. Egal. Ich dachte jetzt fünf oder so. Man kann dem Fischhändler einmal nicht trauen. Außer jemand aus dem Chat ist jetzt Fischhändler. Ist jemand aus dem Chat Fischhändler zufälligerweise? Da, Lüden. Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? Ah, Crawlerplatten. Oh, das kostet ja alles nur eins. Da lernen wir alles. Da lernen wir alles. Um an die Zähne von den Tieren zu gelangen, nimmst du eine Zange und reißt sie mit einem kräftigen Ruck heraus. Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? Was genau willst du wissen? Das Problem ist, ob ich noch Crawler finde überhaupt. Um an die Zähne von den Tieren zu gelangen, nimmst du eine Zange und reißt sie mit einem kräftigen Ruck heraus. Neuladen bitte? Nö. Aus Prinzip jetzt nicht. Wir haben ein Deal gemacht. Ein Deal ist ein... Ihr wisst schon was. Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? Was genau willst du wissen? Lerne ich gerade irgendwie Zähne... Okay, ich muss wirklich neu laden. Ich habe irgendwie mehrmals Zähne ziehen gelernt. Um an die Zähne... Okay, ich muss jetzt wirklich neu laden. Na gut. Okay, jetzt hat er keinen Sparausgang mehr. Ich? Ähm, ich... Junge, nimm mich nicht auf den Arm. Ich merke doch, dass du mich beobachtest. Aber keine Angst. Du wirst bei mir nichts finden. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Bauer, der sich nichts aus den Augen kommen lässt. Ach krass, guck mal. Jetzt haben wir ihn nicht erwischt, weil er einen Meter vor dem eigentlichen Standort war. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben ihn quasi dann nicht erwischt. Heftig. Jetzt hat er uns nicht mehr gesehen, wenn wir ihn hier beobachten. Ja. Oh Mann. Ja, er ist sich noch nicht sicher, ob hier wirklich jemand steht. Er ist sich noch nicht ganz sicher. Jetzt habe ich dich aber. Ich? Junge. Nein, er hat mich... Nein! Okay, ich darf mich doch nicht von ihm sehen lassen. Dann jetzt ganz heimlich. Wie lange machst du heute? Bis, äh, 22 Uhr? Jetzt habe ich dich. Hey, du. Oder auch nicht. Du steckst also dahinter. Ich? Nein, also... Du brauchst nichts mehr zu erklären. Ich habe alle Beweise, die ich brauche. Dafür wanderst du eine lange Zeit in den Knast. Nein, bitte. Hab Erbarmen. Ich werde dafür sorgen, dass du in den Knast kommst. Du wärst besser nicht hierher gekommen. Oh shit, ich habe gerade irgendwas weggeklickt. Alter, Hilga ist ja heftig. Heftig schlecht. Paket. Packet. Ja, nice. Dann können wir jetzt wohl dem Bauern Bescheid sagen, oder? Ab nach Uchachaka. Hey, du. Alter, Torik ist ja hier. Hey, du. Was ist los? Das können wir irgendwann mal machen bestimmt. Ich weiß, wer dahinter steckt. Sag bloß, wer ist es? Rakba und Hilga machen gemeinsame Sache. Rakba schmuggelt die Waren von Hof und Hilga bringt sie in die Stadt. Diese verdammten Narren. War doch klar, dass das irgendwann herauskommt. Hast du Beweise? Ja, habe ich. Ein Hinweis, den ich im Lagerhaus von Rakba gefunden habe. Und hier ist das Paket von Rakba für Hilga. Sehr gut. Ich werde damit leicht zu Rudwin gehen, damit sie ihre gerechte Strafe erhalten. Als Dank für deine Arbeit gebe ich dir drei Flaschen von meinem Starkbier. Ja. Lass es dir schmecken. Nice. Starkbier. Stark. Alter, geil. So, dann werden wir jetzt noch mehr Stärke bei Hans. Alles auf Stärke jetzt? Ne, ich wollte ja noch die... Ah, ich muss noch die Dings lernen. Hier. Hier Tiere. Hier Tiertrophäen. Du musst dem Namen eh noch schwören. Auf was? Auf was? Passt wie echtes Bier. Echtes Bier macht auch richtig stark. So. Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? Um an die Zähne von den Tieren zu gelangen. So. Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? Oh, es funktioniert jetzt. Mindcrawler und fällt rüber haben starke Zangen, die man mit einem festen Ruck vom Kopf des Tieres lösen kann. Bring mir das Jagen bei. Bring mir das Jagen bei. Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? Nein. Geil. Okay. Zwölf Lernpunkte haben wir noch. Auf den Piekemann. Der Piekemann ist aber Heinrich. Der Piekser von Skarlitz. Hallo Anzug. Hallo auch an alle anderen. So. Dann nennen wir jetzt noch ein bisschen Stärke. Und dann können wir hoffentlich auch noch eine geilere Waffe kaufen. Oder so. Du. Lass uns trainieren. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Was? Was? Kluges Kerlchen. Warum? Wer konnte mir denn hier noch Stärke beibringen? Achso. Der Hauptmann, ne? Der hier. Achso. 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 Der Hauptmann, ne? Der hier. haben. So. Haben wir irgendwas Geileres jetzt? Dafür brauche ich ein bisschen mehr. Nein, immerhin ein leichter Zweihänder. Immerhin der. Lord Gerlach hat eigentlich voll die Scheißbude, ne? Was ist los? Ritter Johann sucht ein Artefakt. Ein Artefakt sucht er? Weißt du genaueres? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir wollen nun nochmal die Höhle der Goblins durchsuchen. Es scheint ihm sehr viel daran zu liegen, dieses Artefakt zu finden. Ich würde zu gerne wissen, was es mit diesem Artefakt auf sich hat. Wenn du Neuigkeiten darüber hast, berichte mir davon. Ich denke, der Weg, der vor dir liegt, wird sicher gefährlich werden. Deshalb möchte ich, dass du fortan diese Rüstung trägst. Und nun geh, finde das Artefakt. Geil, das hätte ich schon ganze Zeit haben können. Ach, ich möchte, dass du die Rüstung trägst, aber ich muss sie erst kaufen. Ich nehme die mittlere Garderüstung. Alter, wir sehen aus wie ein richtiger Gardist. So ein echter. Das ist auch gut für seinen Kundenkontakt. Ich möchte, dass du das kaufst von mir. Ach, hier waren wir auch noch nicht dran, an diesen Truhen. Was? Verdammt, was willst du? Ich will an diese Truhen. Vielleicht bekommt man hier auch mal die Schwere. Das wäre geil. Auch gar nicht auffällig, wenn man ganz laut während man Leute bestiehlt. Nein, mein Spiel ist abgestürzt. Warum? Ein Moment. Es ist düster für euch. Das ist Arje da. Ja, Arje hat uns alle gerettet. Hm, abgebrochen. Da war die Drachen. Bitte Schmierlausbild, wenn das Game aus ist. Nee. Das Schmierlausbild muss man sich erst verdienen. Das kann nicht als Belohnung kommen, wenn das Spiel abstürzt. Wir brauchen noch ein paar Gliedriche. X-Scream macht mich traurig. Das schont die Augen. Lass mal sehen, was du zu bieten hast. Klar. Klar. Bedien dich. So, wir müssen aber jetzt schlafen gehen. Verdammt. Was ist los? So, Leute. Wir machen mal eine kurze Pinkelpause. Ich hole mal noch was zu trinken. Sofort wäre er da. Bis gleich. Ihr könnt gerne ein Däumchen nach oben geben. Ihr könnt gerne ein Däumchen nach oben geben. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Neu in der Truppe. Bis gleich. 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 Hm, die locke ich jetzt ein zu... Nein, ein böser Skelett, Magiermann. Ach, den habe ich gar nicht gesehen, da vorne. Boah, der hat instant gecastet. Ein instant casten. Schnell! Stirb doch! Wo sind die Kids? Lustige Axt. Das war's. Das war's. Da mag niemand mehr leiden. Sehen? Leiden sehen? Doch. Alle. Sogar die Drachen. Shit, der Magier kommt! Aber er fliegt einfach an mir vorbei. Der Magier ist kaputt. Der hat den Magier kaputt gemacht. Der arme Magier versucht wegzuschwimmen. Hey, wo kommst du her? Ja. Oh. 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 Kartoffelgratin auf Jorgis Nacken. Ich will auch Kartoffelgratin. Gratin! Mit der Kartoffeln, ohne Witz, ne? Ich weiß, das ist vielleicht auch ein kontroverses Thema, aber Kartoffeln sind meine Lieblingsbeilage, weil man die einfach so vielfältig zugereiten kann. Locator Time, okay. Aha. Aha, Buch des Wissens. Gut, dass jemand gesagt hat, dass wir den Locator anmachen sollen. Zoki, warum kommst du nicht mal auf sowas? Acht Lernpunkte. Acht. 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 Hahaha. Morgens alles, Kartoffelpüree, mal drüber nachdenken. Na und? Aber wenn ich mir das ins Maul schiebe, ja noch nicht. Habe ich doch geschrieben, du Nase. Ne. Weißt du, wer das geschrieben hat, Zoki? Der Mod, der Mod- Ersteller von, äh, Vulcano Quest. Der hat das geschrieben, nicht du. Kartoffelsalat, dazu Schnitzelbeste. Ja, aber ohne Witz, Kartoffeln in jeglicher Form sind einfach ein absolutes Genussmittel für mich. Ich meine, ich esse auch gern Reis, auch gern Nudeln, aber Kartoffeln, Premium. Aber das bin doch ich. Ah, aber das war doch der Witz. Nein, wir fahren aus dem Bild. Jo, ist geil. Mach's gut, ne? Schreib mir da nochmal bei Discord, da können wir Uhrzeit und so noch abmachen. So, jetzt haben wir 18 Lärmpunkte wieder. Oh nein, mein Spiel ist abgestürzt, schon wieder. Warum? Warum jetzt noch ein Absturz? Ja, wir haben doch vorhin, wie lange gespielt? Irgendwie drei Stunden? Auf einmal noch ein Absturz. Und schon wieder kein Schmierlausbild. Das war bestimmt, weil ich gerade den Aufzug herausgefordert habe. Alter, wir gehen jetzt zurück in die City. Und dann, warte mal, hat der Sturmknecht der 2-1-Malus? Ich will kein 2-1-Malus. Bei dieser blöde Malus. Deine Mutter auch. Das war böse. Ich kenne seine Mutter gar nicht. Aber den Joke haben wir mal in irgendeinem Challenge Run gehabt bei mir. Ja, Swucki dann. Viel Spaß, ne? Viel Erfolg. So, 100 Stärke jetzt. Ne, warte mal, warum haben wir 110 Stärke? Ach, wir hatten schon. Ich brauche 5 Stärke irgendwoher noch. Mist. Ich könnte fast Runenmacht tragen. Wisst ihr, was das Geile daran ist? Ich habe, glaube ich, noch nie Runenmacht benutzt. Das wäre jetzt das erste Mal in meinem ganzen Leben, wo ich Runenmacht wirklich als beste Waffe nutzen würde. Das Spiel weiß, dass du Modifikationsdateien benutzt und ermahnt dich nur einmal mit Absturz. Aber ich wurde auch jetzt zweimal schon ermahnt. Da war irgendwas wieder mit Bugslayer Meldung gerade. Aber wir haben ja vorhin drei Stunden gestreamt und da ist nichts passiert. Und auch die letzten Streams, da ist nicht ein Absturz gewesen, deswegen manchmal passiert es wohl einfach. So, und da ist der Rieder. Wie heißt der nochmal? Clemens? Gut, dass du da bist. Dann können wir ja mit der Suche beginnen. Johann. Zeig mir den Stollen mit den Gitter. Johann. Alle guten Dinge sind drei, ja. Dann werden wir mal sehen, ob wir gleich noch mal einen Absturz erleben. war das hier? Dieser Ort ist ganz zweifellos seit Jahrzehnten unbemerkt geblieben. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Dort hinten scheint es eine alte Winde zu geben. Ich schau mir das mal an. Ist das ein Gothic 2-Mod? Ja. Steht auch im Titel. Das sieht gar nicht gut aus. Es scheint, als wenn ein Zahnrad der Winde kaputt ist und somit der Mechanismus nicht mehr funktioniert. Zudem ist sie stark verrostet. So kommen wir sie nie bewegt. So kommen wir sie nie bewegt. Wir bräuchten ein neues Zahnrad und etwas, womit wir die Winde wieder gängig machen können. Du musst etwas finden, womit wir sie wieder funktionsdurchtig machen können. Vielleicht findest du ein Zahnrad, das wir verwenden könnten. Schreibe ich nicht an. Ich schau mal, was ich finden kann. Vielleicht fällt mir ja etwas ein. Wegen der Sache mit der Winde. Ist euch schon etwas eingefallen? Nein, noch nicht. Was denkt ihr, wird uns dahinter erwarten? Ich bin mir nicht sicher. Eins steht allerdings fest. Irgendjemand wollte, dass man nicht so einfach in die Höhlen kommt. Und das hat nichts Gutes zu bedeuten. Warum versuchen wir es nicht mit Gewalt? Bist du verrückt? Die Winde ist der einzige Weg, tiefer in die Höhlen vorzudringen. Es wäre zu gefährlich. Wir könnten die Winde zerstören. Irgendwie sieht dieser Ritter aus wie Laris. Und Laris in Ritterrüstung ist irgendwie merkwürdig. Tja. Oh, da ist ein Spoiler. Spoiler! Tja, ich weiß nicht. Vielleicht in der Mine? Hier noch irgendwas? Klar, dass wir den Goldschatz nicht einfach aufsammeln dürfen. Einfach 50.000 Gold. Zack! Also ich schätze mal, in der Mine finden wir ein Zahnrad. Gothic Zahnräder sind immer in Minen. Also oder findet man Gothic Zahnräder findet man in Minen. In der Regel. Warum das so ist, wissen wir alle nicht. Dann gehe ich aber erstmal vielleicht zu vielleicht hat Gerlach noch eine Idee. So viel Gold passt doch nicht in deine Taschen. Oh doch! Der Gold Remaster Mod hatte ich auch 50.000 Mal dabei. Das ist ja schrecklich. Er sitzt schon wieder hier irgendwo an der Seite. Und der hat auch nichts zu sagen. Ja komm, dann fragen wir mal bei der Mine. Ich bin auf der Suche nach einem Zahnrad. Weißt du, wo ich eins finden kann? Wofür brauchst du denn ein Zahnrad? Der Paladin, Johann und ich erforschen gerade alte Stollen unterhalb des Kornbauern. Doch zum Öffnen eines Gitters benötigen wir ein Zahnrad. Verstehe. Doch ich wüsste nicht, dass wir hier irgendwo ein Zahnrad haben. Es könnte natürlich sein, dass in der verschlossenen Mine noch eines zu finden ist. Aber die Gefahr, von dort nie wieder zurückzukehren, ist groß. Keine Angst. Ich passe schon auf mich auf. Nice. Wollen wir eigentlich alle nochmal den Astronauten besuchen? Was macht das Essen? Es gibt nichts Schlimmeres für einen Koch als versalzenes Essen. Gut, dass die Zahnräder genormt sind. Ja, alle Zahnräder sind gleich. Wissen alle. Das ist kein Geheimnis. Das ist kein Geheimnis. Richtig. Das war doch klar. Das war doch klar. Hey Roman, ich muss in die Mine. Hast du mir denn nicht zugehört? Keiner kommt in die Mine. Ich war bei Igor. Ich muss in diese Mine. Das kann ja jeder behaupten. Geh doch zu ihm und frage ihn, wenn du mir nicht glaubst. Das werde ich auch. Heißt das, dass ich jetzt in die Mine kann? Geh nur. Falls du nicht mit Igor gesprochen hast, werde ich mir dich vorknöpfen, sobald du wieder herauskommst. Wenn du wieder herauskommst. Ja. Danke. Uh, separate Karte. Äh. Warum ist das so düster hier? Ja, das kann aber was werden. Äh, die haben gar keine Platten. Ich hab doch Platten ziehen gelernt. Womit denn? Und ne Spitzhack hab ich auch nicht. Ich glaub, wir müssen nochmal raus. Was soll das? Die Jungen machen nicht viel Schaden. Aber wieso haben die jetzt keine Platten dabei? Unvorbereitet. Du brauchst kein Messer. Zange. Messer. Brauch ich für, für Crawler Platten ein extra Messer? Warte mal. Ich hab so lange schon wieder nicht gespeichert. Ich hab so lange nicht gespeichert. Das kann doch nicht sein. Ich hab wieder seit knapp, ne, okay, 10 Minuten. Aber ich hab seit 10 Minuten nicht gespeichert. Wirklich nicht? Wo war der Speicherbeauftragte? Das Spiel ist schon wieder abgestürzt. Perfekt, jetzt hab ich nicht mal... Oh nein! Oh nein! Jetzt fehlt mir jetzt fehlt mir humanbodynaked o.asc a.c. Ah ja. Das Spiel ist gerade gegen mich. Wieso nur? Hier, was hab ich dir getan? Wieso hab ich schon wieder 10 Minuten nicht gespeichert? Ich versteh manchmal nicht, wie ich 10 Minuten nicht speichern kann. Wie kann ich denn 10 Minuten nicht speichern? Wie ist sowas möglich? Verratet mir das mal bitte. Und dann wieder dieser Black Screen und kein Schmierlausbild. Speichern. Ich glaub, ich brauch echt ne automatische Speichermod. Gut, dass du da bist. Zeig mir den Stollen mit den Gittern. Komm mit. Ja, durch King & Cam hab ich das Schnellspeichern verlernt oder durch Dragon's Dogma, wo man gar nicht speichern kann. Dieser Ort ist ganz zweifellos seit Jahrzehnten unbemerkt geblieben. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Dort hinten scheint es eine alte Winde zu geben. Hat er das eben überhaupt gemacht? Hat er das eben überhaupt so gemacht? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass er das so gemacht hat. Das sieht gar nicht gut aus. Es scheint, als wenn ein Zahnrad der Winde kaputt ist und somit der Mechanismus nicht mehr funktioniert. Zudem ist sie stark verrostet. So kommen wir sie nie bewegt. Wir bräuchten ein neues Zahnrad und etwas, womit wir die Winde wieder gängig machen können. Du musst etwas finden, womit wir sie wieder funktionstüchtig machen können. Ich schau mal, was ich finden kann. Oh Mann, ey. Ja, dann einmal eine Utscha. Wir brauchen nämlich Vorbereitung. Und zwar, ich brauche eine Spitzhacke. Lass uns handeln. Doch, ich höre sie leicht durch den Wind. Warum? Aha! Rasiermesser. Der erzähle ich gar nichts mehr. Man muss eben aufpassen, was da ist. Nee, manchmal, also ich habe nicht aufgepasst. Das habe ich schon immer gesagt. Das hat sie schon immer gesagt, weil ich habe auf den Chat geguckt, wahrscheinlich. Warte mal. Ich glaube da nicht dran. Warte mal. Hallo? Glaubst du wirklich? Das ist mal wieder typisch. Gut, dann... Gut, so. 110 Stärke, so war das eben auch. Perfekt, dann brauchen wir noch ein paar Lichtzauber am besten. Was du denn... Hm. Wir könnten uns auch ein Skelett... Ich habe ja kaum noch Gold. Wo ist mein ganzes Gold hin? Wir sind jetzt heftig vorbereitet. Wo, 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 wo? Da. Also wenn wir jetzt nicht krass vorbereitet sind, dann weiß ich auch nicht. Das ist noch viel schlimmer. Das war bestimmt nur, weil ich mich über den Astronauten lustig gemacht habe. Und hallo, Dan. Warum hört eigentlich keiner auf? Willkommen in der Runde. Willkommen auch an alle anderen. Wir gehen jetzt in die verbotene Mine. Ne, ich muss erst mal mit dem Typ noch sprechen. Wo hast du das denn schon wieder her? Nein. Mysteriöse Musik. Ich bin auf der Suche nach einem Zahnrad. Wofür brauchst du denn ein Zahnrad? Der Parler, den Johann und ich erforschen gerade alte Stollen unterhalb des Kornbauern. Doch zum Öffnen eines Gitters benötigen wir ein Zahnrad. Verstehe. Es könnte natürlich sein, dass in der verschlossenen Mine noch eines zu finden ist, aber die Gefahr, von dort nie wieder zurückzukehren, ist groß. Keine Angst. Ich kenne noch etwas, was groß ist. Ein Unvermögen zu speichern. Ist das, was ihr wieder dachtet? Hey Roman, ich muss in die Mine. Hast du mir denn nicht zugehört? Ich war bei Igor. Das kann ja jeder behaupten. Geh doch zu ihm und frage ihn, wenn du mir nicht glaubst. Das werde ich auch. Heißt das, dass ich jetzt in die Mine kann? Geh nur. So. Alles ist bereit. Ich glaube auch nicht. Nice. Borderplatten. Komm mal her. jetzt. Die Lampen an. Nö. Lampen an ist was für Anfänger. Der wahre Zweihundkämpfer benutzt den Lichtzauber, der da mitten im Kampf ausgeht und dann weißt du nicht, was du tun sollst. Mal gucken, ob wir hier 20 Crawler-Platten zusammen kriegen. Wir haben erst 5. Das kann doch nicht sein. Ich habe mindestens schon 20 Crawler getötet. Aha, ein Zahnrad. Ist hier noch irgendwas Böses? Oder was Gutes? Ja, und hallo an alle, die hier noch gerade dazu stoßen. Es geht ab. Es geht Minenschacht ab. Beziehungsweise der geht gerade auf. Bisher läuft es doch gut. Ist irgendwie gerade der Minecrawler verschwunden, der hier noch war. Jetzt habe ich eine Crawler-Platte zu wenig. Ich finde, ich hoffe, ich finde noch anderswo Minecrawler. Wenn nicht, dann wäre das sehr traurig. Ah, die Spitzhacke von Till. Tillmanns Spitzhacke. So, das hätten wir auch. Hier waren wir schon, oder was? Was geht ab? Es geht Gothic 2 das Wappen, der Prolog ab. Ultraschnittes Erzhacken, das geht auch ab. Leider Tauchgang. Äh, der macht ja komplette Pirouetten hier. Der hat schon mal gesehen, dass er solche Pirouetten macht. Geheimen Ort gefunden. Bringt die Fackel irgendwie gleich gar nichts? Rubin-Klinge. Neue Rave-Höhle. So, hier dürfen wir nichts verpassen. Diese geheimen Höhle. Aha. Ein sehr wichtiger Pilz. Ja, ich glaube, die Rubin-Klinge ist so, dass es ziemlich einzig was hier liegt, oder? Ja, jetzt haben wir wirklich den illegalen Grave-Keller gefunden, Alex. Wie bei Dolina Zombie. Er macht die Todesrolle wie ein Krokodil. Na ja, ich glaube, jetzt fahren wir aber überall. Ich habe eine Spitzhacke irgendwie dupliziert. Glaubst du, dass die Atmosphäre vom Gothic im Remake wiedergegeben werden kann? Ich glaube, das ist sehr individuell. Weil die Gothic Atmosphäre ja schon was ist, was für jeden nochmal einen Tacken weit was anderes sein kann. Also ich denke durchaus, dass das funktionieren kann, wenn sie, sag ich mal, die richtigen Schrauben drehen. Aber es wird auf jeden Fall keine einfache Aufgabe. Alleine schon, weil du eine ganz andere Grafik hast. Das alles viel moderner ist. Aber wenn du die Orte und so diesen Flair von Gothic dann wiedererkennst, dann könnte das funktionieren. Ja, das glaube ich. Aber es wird Leute geben, die werden das gut finden und es wird Leute geben, die werden es schlecht finden. Der gute Gossig. So, wer war jetzt nochmal Till? Der hier hat ja richtig viel übersehen noch. Übersehungsjorgensson. Ich habe deine Spitzhacke. Äh, wirklich? Zeig mal her. Er bricht sich fast den Arm dabei. Tatsächlich, meine alte Spitzhacke. Vielen Dank. Äh, hier viel ist es nicht, aber hier hast du ein paar Erzbrocken. Ja, ich meine, ähm, die Bilder, die die veröffentlichen, sind halt mit das Einzige, was man halt hat, ne, und gewisse Gena-Designs gefallen halt manchen Leuten nicht, mir gefallen auch manche davon nicht, aber ich warte auch, wie du sagst, RJ erstmal ab und, äh, gucke mir das an, wie es dann im Spiel aussieht, ne, also, kann ja sein, dass es da ganz anders wirkt, ne, als wenn du es auf so einem Screenshot siehst, aus, ne, soo, dann, ab in die Mine wieder, die Sache ist nur, wir haben erst elf, hoffe ich, finde auch irgendwo, irgendwelche, Baller, ich habe keinen Emoji-Platz frei, Drah, Hätte jetzt Kampfübungsanimation mit der Splitshack erwartet, die hätten auch gepasst, ja, erst mal so eine komplette Wortchoreografie vor uns macht, bist du schlecht gelaunt heute, ist das eine ernst gemeinte Frage, oder ist das wieder dieses Meme, ich habe sehr gute Laune, so, wir können jetzt noch mal versuchen, hier in den Wald zu gehen, aber da sind Waage, ich weiß nicht, ob ich mich das, daran Waage, ich muss den Kaler jetzt One-Shotten, einfach gut, und dann, ich weiß nicht, 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 Ja, Neowen, ich glaube, bei vielen Dingen müssen wir uns auch einfach überraschen lassen. Aber ich meine, es sind ja Leute wie Kai Rosenkranz dabei. Die haben ein Händchen für Gothic. Das haben sie damals schon bewiesen. Schade, dass Mike Hogan nicht dabei ist. den hätten sie eigentlich, wenn einer beim Gothic Remake mitwirken sollte, dann er. Aber, ich meine, Kai Rosenkranz natürlich auch. Leidend schon wegen der Musik. Da können wir uns drauf verlassen, dass die Musik geil wird. Ein fetter Wald hier. Schattenläufer. Hm, wie ich einen Schattenläufer schaffe. Ah, hier sind so viele Wagen. Ne, das schaffe ich nicht. Ich glaube, dieser Wald ist noch ein bisschen zu krass. Na, eine Wagen verfolge ich immer noch. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Er mag dich. Er mag mich auf jeden Fall. Oh shit, jetzt kommt so viel. Oh shit, jetzt kommt so viel. Das ist noch ein bisschen falsch. Ein Versuch noch. Ein Versuch. Shit, ich hänge irgendwo fest. Aber ich weiß nicht wo. Boys. Die Wagen lassen mich nicht mal in Ruhe meinen Schattenläufer jagen hier. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich weiß nicht, was er da macht, aber er macht Dinge, die mir nicht gefallen. Das ist der Schattenläufer-Tanz. Nee, Nahkampf-Armbrust-Mann ist hier keine Lösung. Wir haben eine schlechte Armbrust. Dieser Wald ist schon cool. Der ist so schön düster und weitläufig. Hier haben die Leute auch eine dicke Mauer gebaut, damit die sicher sind. So. So. Komm ich ja doch hier durch. Oh shit. Oh, das war der Triple. Der Tripler. Ah, es läuft doch so halbwegs. Oh. Nice. Wir könnten einmal kurz in die City. direkt Stärke lernen und dann das bessere Schwert benutzen, weil das macht viel mehr Schaden. Ich habe für so etwas keine Zeit. Ich bin ganz dann allein. Gut. So. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Nice. Ich muss sagen, ich finde Runenmacht ist echt ein schönes Schwert, aber in den meisten Fällen habe ich das irgendwie nie benutzt. Weil man hat entweder selbst geschmiedete Zweinschwerter da als Drachenjäger oder so, die dann besser sind. Oder schon eine nächst bessere Waffe. Aber an sich ist das ein schönes Schwert. Ist ja auch das Schwert von Thoros in Gothic 1, ne? Also von der Optik. Sieht eigentlich die Rubiklinge aus. Das ist eine Einlandwaffe. Und die sieht, also die kann man ja auch schmieden. Die ist so kurz. Es gibt aber auch noch ein Rubin-Schwert in Gothic 2. Das ist dann, sieht ähnlich aus. Ist aber länger ein bisschen. Ja, Neowin, aber da ist halt die Frage, ob ob du damit einen Großteil der Spiele abholst. Also ich glaube, diese spezifischen Wünsche, die muss man wahrscheinlich erst mal zurückstellen. Die sollen erst mal das, was Gothic eh schon gut gemacht hat, wieder gut im Modernen hinkriegen. Ne? Und dann können sie ergänzen. Guck mal, jetzt mit zwei Schlägen. Nice. Mir wird das auch gefallen mit dem Faustkampf, weil es auch wieder einen neuen Spielstil aufmachen würde. Aber ob es so wichtig ist für viele Spieler? Aber ist halt die Sache. Vieles wäre halt schön zu haben. Deswegen, Joris, das war auch so ein Punkt, den ich so gut fand, jetzt bei der Gold Remaster-Mod. Da hattest du viele Waffen, die andere Schadenswerte hatten. Dadurch hast du dann auch mal andere Waffen benutzt. Bei Coilen und Äxte waren zum Beispiel kürzer, aber haben dafür mehr Schaden gemacht. Shit, ey. Dieser Wald ist nur blöd, weil man nicht durch manche Büsche durchkommt. Ja, der echte RJ, das stimmt. Aber wie viele Leute haben bei Gothic 1 zum Beispiel nur mit der Faust gespielt, obwohl es das gab? Und selbst wenn du das ausbauen würdest, es wird, glaube ich, trotzdem viele Spiele einfach gar nicht interessieren. Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich denke, es gibt Wichtigeres als das. Das Skelett, ja, das sind Skelett-Krieger, ne? Gucken, ob wir den Typen schaffen. Das war kein Crit. Oh. Nice. Also jetzt fühle ich mich auf jeden Fall schon stark. Oh, shit, das sind noch mehr. Oh, der eine ist aber verheddert. Heißt, er hat mich dann erwischt. So, was haben wir denn? Oh, shit, hier gibt's auf jeden Fall noch mehr. Und das schönste Zwei-Schwert in Gothic ist Rachestahl. Ja, Rachestahl finde ich auch sehr schön. Rachestahl ist ja auch in Risen noch vertreten von der Optik. Das finde ich auch sehr geil. Und was ich halt schön finde, ist die Drachenschneide und auch der schwere Zwei in R. Und Jap-Jab, vielen Dank für die 10 Euro. Ich rauch zwar nicht, aber ich gönne mir was anderes. Dankeschön. Weiß ich sehr zu schätzen, danke. Mach mal Licht an. Aber Licht wird hier nicht helfen, weil über diese komischen Spinnen weben hier. Ist Rachestahl das Wellige? Nee, Rachestahl ist das mit den Zacken. Wo unten ein Stück der Klinge fehlt und dafür sind ja diese Zacken. In Gothic 2 ist Rachestahl, glaube ich, die Erzschlachtklinge. Also die Rubin-Klinge finde ich persönlich zu kurz. Wir haben die ja hier. Das Schwert in Länger gefällt mir. Also ich mag da die schlechten Schwerter lieber irgendwie bei den Einhandwaffen als die Rubin-Klinge. Ich persönlich. Ich mag da zum Beispiel einfach das edle Langschwert, das Langschwert. Jetzt ist hier gar nichts. Nichts. Ist meine Wurst, Bruder. Du hast das nach allen Jahren noch nie gesehen. Komisch. Ja, ich dachte, das ist so eins dieser Unique-Designs, die jeder von Gothic erkennt. Ach shit, ich habe nichts gesehen. Jetzt habe ich ein Problem. Sieht roter Wind von Koanga auch ähnlich aus. Roter Wind von Koanga ist quasi der schwere Zweihänder. Mann. Shit. Ich muss jetzt vorsichtig kämpfen. Und in Risen 1 gibt es das Schwert auch. Da ist es so eine Klinge, die man selbst zusammenschmieden kann. Ich glaube, Sturmwind heißt es da. Ach so, Mr. Rick, ich habe da eine Nachricht immer mal sehen. Die sollen halt eine gute, solide Basis schaffen mit gutem Mod-Support. Und die extra Wünsche bastelt sich die Community dann eh selber. Aber ja, so ist es. Wie es bei Gothic halt war. Die Basis muss halt stimmen. Die Basis stimmt, dann kannst du darauf aufbauen. Das ist so. Und diese Höhle macht mich kirre, weil man einfach nichts sieht. Ach, guck mal, was sie ist. Umschwert. Das Krummschwert fand ich früher irgendwie geil als Kind. Aber jetzt mag ich das Design gar nicht mehr so. Das Spiel ist schon wieder abgestürzt. Ich check das nicht heute. Komisch, dass das Spiel ständig abstürzt. Weil die letzten Streams überwerten gar keine Probleme. Heute drei Stunden gestreamt. Auch keine Probleme. Und jetzt irgendwie in der letzten Stunde ist schon, ich glaube, das vierte Mal das abgestürzt ist. Oder sogar das fünfte Mal. Jetzt falsch gelaufen. Risen spielst du immer nur als Magier. Echt komisch, weil gerade das Risen Nahkampfssystem, das ist ein Grund, warum ich immer wieder zu Risen zurückkommen will. Ich sehe gar nichts mehr. Wo bin ich hier? Ach hier. Da ist es. Immer wenn ich nur ans Nahkampfssystem denke, dann habe ich schon wieder Bock, weiterzumachen mit Risen. Es gibt zwei Schwerter, die geschmiedet werden können, aber keine Ahnung, welches das beste Schwert ist. Ich glaube, eins ist irgendwie so ein Zweihandschwert und eins ist halt ein Bastardschwert. Das Bastardschwert ist dann, das aussieht wie Gothic 1 Rachestall. Ich mag das Magiesystem da auch, also die Kristallmagie. Das normale Magiesystem finde ich jetzt nicht so krass, da finde ich Gothic besser, aber die Kristallmagie finde ich auch ganz cool. Das Einzige, was ich mich da wünschen würde, wäre optische Veränderungen bei jeder Stufe. dass man nicht einfach nur schneller wird oder die Zauberlänge halten, sondern dass man dass man auch auch wirklich diese optische Veränderungen dann erkennt. Was war eigentlich hier noch? Da, wo wir die Banditen befreit haben, da, äh, diesen Gardisten von den Banditen befreit haben, da war da auch noch was. Die Animationen sind leider nicht so toll. Ich mag die Kampfanimationen in Risen, also ich finde die sehr schön, gerade auch Stabkampf, ich finde den gut umgesetzt. Axtkampf ist, denke ich, ausbaufähig, aber die sonstigen Kampfanimationen finde ich schön. Hier ist auch eine kleine Brücke. Ja, hier war das Lager. Und der Chest. Die Karte ist echt nicht klein hier bei der Mod. Schön, dass wir jetzt Warane auch noch One-Hit machen. Stunde zurück. Da waren wir noch nicht so stark. Weißt du, was ich bei den Magiern in Risen 1 nicht mag, die Rüstung, also die Roben, meine ich. Shit, ein Blumenkopf. Ich habe Baldur's Gate 3 nicht gespielt. Ich habe bisher noch gar kein Baldur's Gate gespielt. Ein schön starke Viecher hier. So, äh, habe ich noch irgendwas Schönes zum Heilen hier? Oh, echt mehr Heiltränke. Oh, das ist ein Troll. A-Troll. A-Troll. Leider regnet es jetzt schon wieder. Man sieht kaum was in der dunklen Höhle in den Regen. Oh, ein Kriegsbogen. Ich glaube, Alex, die haben gar nicht die Artgenossen gefressen, sondern den Bluthund. Aber ich weiß es auch nicht hundertprozentig. Oh, nice. Hier sind noch Drawler. Ist gut. Das ist gut. Dann können wir die Rüstung noch vielleicht herstellen. Ah, das müssten genug Platten sein. 2? Hatten die nicht eigentlich immer 2 Eisons? Jetzt haben wir 15. Boah. Wahrscheinlich wird dann gleich eine fehlen oder so. Kann ich noch was übersehen? Ach, Schatten. Oh, Kronstöbel. Ist ein Interview oder so, In Godric 3 fast alle Monster anders aussehen. Ich glaube, die wollten einfach mit der neuen Engine rumspielen und weil man auf dem Festland war, auch so ein bisschen einfach noch die Grafik anpassen. Also, ich finde, am schlimmsten war der Schattenläufer. Hier, wir haben 20 Klappen. Da war mir jemand gnädig. Stimmt. Wieder Zombies anscheinend. Auf dem Remake wird es aufladbare Zauber geben. Feuer, Schaden auf Zeit. Eis, Blitz, Stun. Also, ja, ich meine, die Grundprinzipien dafür gab es ja schon auch in Gothic 1 und 2, also warum nicht? Hast du das gesagt, Zwuki? Ich weiß nicht, ob du das gesagt hast. Ich habe nicht aufgepasst. Kann sein. Oh, irgendwie habe ich auch Soundbugs wieder. ich habe deine Mindcrawler-Platten. Sehr gut. Immer her damit. Sehr gut. Immer her damit. Sehr gut. Oh nein. Immer her damit. Oh Mann, ey. Ja, Alex, die Schattenläufer sind einfach ein Trauerspiel gewesen. Kann man nicht anders sagen. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Wolfsfell. Das ist gut. Fell von Wagen. Das sind zähe Biester. Oha. Sogar das Fell eines Schattenläufers ist eine Menge wert. Was zur Hölle ist das denn für ein Fell? Würde mir im Traum nicht einfallen. Das, das, das ist ein kleines Vermögen wert. Gute Arbeit. Wenn du wieder welche hast, komm zu mir zurück. Ja, irgendwie passen gerade manche Dialoge nicht so wirklich. Und hast du das letzte Mal gespeichert? Jetzt gerade. Hey. Ist die Rüstung schon fertig? Der sagt einfach gar nichts mehr. Ich glaube, ich muss mal einen Tag schlafen oder so. Was ist mit euch beiden? Du hast dir nichts zu suchen. Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Warte mal. Also ein paar Bugs habe ich heute schon irgendwie. Ist die Rüstung schon fertig? ich penne mal noch einen Tag. Vielleicht ist er ist er ja auch im nächsten Kapitel erst fertig. so dumm, wie du aussiehst. Warte mal. Jetzt kaut er wieder Kaugummi. Ist die Rüstung schon fertig? Ja, okay. Ich glaube, der hat sie vielleicht im nächsten Kapitel erst. So. 120 Stärke haben wir. Vielleicht machen wir noch ein bisschen mehr Zwei-Ankampf. Ja, Schoko, das Gute ist, wenn du den Stream nachgucken willst, kannst du es ja gerne tun. Und ist auch gut. Schlaf ist wichtig. Wer kann mir jetzt noch was beibringen? Du? Lass uns handeln. Was hast du denn noch für Waffen hier? Schlachtachs, Drachenschneider. Ob ich auf 160 Stärke noch komme? Ja, Remake, dass wenn das Remake einmal ermöglicht, Guru zu werden, das wäre echt nice. Ich habe auch eine Stunde gepennt. Ich auch. Ich habe auch eine Stunde gepennt. So, ja, dann gehen wir mal zu unserem Kollegen da. Hatten wir noch irgendwas? Ja, nö, ich glaube... Ach, der war das mit dem Schutz. Hast du noch immer Interesse an einem neuen Job? Eigentlich schon. Wüsstest du etwas? Der Bauer Damian sucht eine Wache für seinen Hof. Da hatte ich an dich gedacht. Na, ich weiß nicht. Was würde mich denn da erwarten? Ähm. Ja, weiß ich nicht. Erst waren wir Mamole, aber jetzt sind da Wölfe. Wölfe, Snapper und Warane. Das klingt interessant. Ich wollte schon immer mal gegen solche Tiere kämpfen. Und wenn es dann noch Gold dafür gibt, bin ich natürlich dabei. Heißt das, dass du jetzt für Damian arbeitest? Nicht so schnell. Ich verdiene immerhin meinen Lebensunterhalt mit dem Fischen. Umsonst werde ich sicherlich nicht bei ihm Wache halten. Es sollten schon mehr als zehn Goldstücke am Tag für mich herausspringen. Denn die verdiene ich jetzt schon. Ah ja. Zehn Goldstücke am Tag. Äh. So. Dann gehen wir einmal zum Hof. Ja, RJ, diese Gesichtsanimationen, die wurden gerade in Gothic 2 gar nicht so wirklich benutzt. Es gibt böse Gucken, es gibt halt dieses Ängstliche, es gibt Glücklich, da gibt es auch Hostile, da fletscht er so die Zähne. Acholos hat ja auch richtig viel mit so Gesichtsanimationen gearbeitet, das fand ich sehr cool. Also da bietet Gothic schon einiges an Möglichkeiten und Acholos hat das sehr geil aufgegriffen. Ich habe jemanden gefunden, der deinen Hof beschützt. Sag bloß, wer ist so todesmütig und stellt sich den Höfen in den Weg? Der Fischer Tim hat Interesse daran. Ein Fischer? Versteht er denn überhaupt etwas von Kämpfen? Willst du nun jemanden, der deinen Hof beschützt oder nicht? Ja, ja doch. Du hast ja Geld. Wie viel würdest du Tim zahlen? Tja, viel Gold habe ich nicht zur Verfügung. Mehr als 15 Goldstücke am Tag sind einfach nicht drin. Damit kommt ihr sicher ins Geschäft. Dann werde ich ihm dein Angebot überbringen. Nice. Einfach mal den Fischer fragen. Hey, du? Du hast eine neue Arbeit. Dann hast du das mit meiner Bezahlung geklärt? Ja, du bekommst 15 Goldstücke am Tag von ihm. Na, das hört sich doch vielversprechend an. Doch eine Sache wäre da noch. Was ist denn nun schon wieder? Naja, ich trage nur diese leichte Stoffrüstung. Ich bräuchte schon eine vernünftige Rüstung. Soll das etwa heißen, dass ich dir eine besorgen soll? Also, ich habe kein Gold dafür. Wenn du mir keine besorgst, dann kannst du Damian sagen, dass ich nicht für ihn arbeiten werde. Also gut, ich schaue mal, was ich machen kann. Aber komm mir bloß nicht mit einer Bauernkleidung. Die hält ja nicht mal in dem Blutfliegenstachel stand. Wegen der Rüstung. Hast du eine? Zeig her, lass mich sehen, ob sie mir passt. Ich kann dir eine leichte Garde rüstung geben. Ich würde das mal probieren. Tatsache. Tja, dann werde ich mich mal in den Talkessel aufmachen und ein paar Bauern beschützen. Ja. Viel Spaß. Viel Spaß dabei. Naja, dann würde ich sagen, laufen wir jetzt zur Höhle. Aber ich glaube, dann mache ich für heute Schluss. Und ich denke mal beim nächsten Mal, im nächsten Stream werden wir es dann durchspielen. Ich weiß nicht, wie viel jetzt noch ganz kommt, aber man merkt ja schon, wir sind heute sehr stark geworden. Und dann schauen wir mal, wie es dann mit der Hauptkrist weitergeht. Weil wir streamen ja schon wieder vier Stunden, gleich 15 Minuten. Wenn ihr mir noch einen Gefallen tun wollt, gebt mir ein Däumchen nach oben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Morgen spielen wir dann wieder Drang's Dogma. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, KingKam ist durch. Das haben wir gestern durchgezockt. Ja. Dann würde ich sagen, spielen wir uns morgen oder am Mittwoch wieder, wenn wir das hier weiterspielen. Willst du uns jetzt 15 Minuten unterschlagen? Wieso unterschlagen? Wir haben vier Stunden, 15 Minuten. Ich habe euch 15 Minuten schon geschenkt. Also sei mal nicht so undankbar. Was heißt hier unterschlagen? Naja, Spaß beiseite. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ich wünsche euch noch ein paar Minuten.